Ja, herzlich willkommen an alle Live-ZuschauerInnen und an alle, die sich das vielleicht im Nachhinein auch anhören. Ich darf Sie begrüßen zu der heutigen digitalen Podiumsdiskussion zum Thema die Sportsaison 2021, eine stetige Abwägung oder ein vermeidbares Risiko. Ich bin Felix Bach, Teil des SprecherInnen-Teams der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik von Bündnis 90 Die Grünen und ich freue mich sehr, dass wir heute äußerst spannende Gäste bei uns haben, die ich kurz vorstellen möchte. Sie sehen Josefine Paul, Landtagsabgeordnete der Grünen Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Sprecherin für Sportpolitik. Herzlich willkommen Josefine, schön, dass du dabei bist. Dann haben wir dabei Johannes Steiniger aus dem Sportausschuss im Bundestag, Abgeordneter der CDU aus Rheinland-Pfalz, der uns auch bereits per Audio verbunden ist, den Sie noch nicht sehen. Das versuchen wir aber gleich auch noch hinzubekommen. Auch sehr herzlich willkommen, Johannes. Dann haben wir bei uns Kevin Kühnert, noch Bundesvorsitzender der Jusos und Teil des SPD-Parteivorstandes. Und wie man vielleicht gar nicht weiß und ich auch erst vor wenigen Wochen erfahren habe, in diesem auch zuständig für den Bereich Sport. Herzlich willkommen Kevin. Und wir haben dabei direkt aus dem Sport Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes und Sprecher von Teamsport Deutschland, der Organisation, die alle fünf großen Teamsportverbände miteinander vereint. Auch an Sie herzlich willkommen, Herr Michelmann. Dann ganz kurz für Sie, liebe ZuschauerInnen, zur Info. Wir werden im letzten Drittel dieser Veranstaltung auch Ihnen die Möglichkeit geben, an uns, an unsere ReferentInnen Fragen, Nachfragen zu stellen. Da gebe ich dann nochmal Bescheid und da werde ich Sie dann kurz dran nehmen. Sie können sich, das kennen Sie sicher, über dieses Tool digital melden und dann kann ich Sie später dran nehmen. Genau, ich würde gerne beginnen mit der ersten Frage an Herrn Michelmann. Herr Michelmann, Sie als Sprecher für die Verbände Handball, Basketball, Volleyball, Fußball und Eishockey, wie bewerten Sie die bisherige Corona-Politik der Bundesregierung hinsichtlich der Regelungen für den Sportbetrieb? Ja, vielleicht müssen wir dann ein klein wenig auch stärker differenzieren zwischen der Bundespolitik und der Politik der Bundesregierung im engeren Sinne. Also als erstes ist es, glaube ich, so auch ganz klar festzustellen, dass alle fünf Teamsportverbände sich sehr verantwortungsbewusst in dieser Corona-Zeit verhalten haben. Also Eishockey, Handball, Volleyball, Basketball haben ziemlich schnell ihren gesamten Spielbetrieb von der Bundesliga bis zur Kreisklasse runtergefahren. Der Fußball hat natürlich da eine andere Situation, was die Abhängigkeit von Fernsehgeldern anbelangt und hat davon insbesondere für die erste, zweite und dann teilweise ein bisschen im Stritten noch mit der dritten Liga eine andere Strategie verfolgt, was aus deren Sicht auch nachvollziehbar ist. Bei der Bundespolitik möchte ich mich an der Stelle ausdrücklich bedanken. Schade, dass Herr Steiniger jetzt noch nicht dabei ist, insbesondere beim Sportausschuss, aber auch bei den Haushältern und bei den Finanzexperten, die ja dieses 200 Millionen Euro Hilfspaket auf den Weg gebracht haben. Vor allen Dingen auch mit der von den Politikern sehr unbürokratisch gewünschten Lösung, nämlich zu sagen, für uns sind allein die Zuschauereinnahmen oder die Ticketing-Einnahmen maßgebend und zwar verglichen April 2019 bis Dezember 2019 im Vergleich zu April 2020 bis Dezember 2020. Das fand ich sehr unbürokratisch, sehr plausibel und auch mit der Zielstellung, die auch Innenminister Seehofer vertritt, dass das Ganze möglichst unbürokratisch und schnell helfen soll. Leider ist es dann durch das Zusammenwirken verschiedener Ministerien eher verschlimmbessert, also bürokratischer geworden, als es im ersten Moment gedacht war. Und dann finde ich es schon ein bisschen schade, dass wir sehr eindeutig darauf hingewiesen haben, dass es einfach ein paar Spezifika beim Sport gibt gegenüber einem klassischen Unternehmen. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die Unternehmen ja nicht durch eigenes Verschulden oder weil sie sich am Markt vergaloppiert haben oder weil sie 20 Jahre die Entwicklung verschlafen haben oder irgend sowas in die Situation gebracht haben, sondern weil sozusagen staatliches Handeln verlangt hat, dass wir unsere Zuschauerzahlen ruckzuck von 100 auf 0 runterfahren. Und jetzt sind wir zum Glück teilweise wieder bei 20 Prozent. Das wäre in etwa so, als wenn der Staat sagt, ab jetzt werden nur noch pro Tag 20 Audi A8 verkauft, 40 Audi A6 und so weiter und so fort und sich dann hinterher das Gedanken macht, wie das Ganze entschädigt werden soll. Also bei uns, und da bitte ich einfach auch nochmal um eine Nachsteuerung, dass die Politik erkennt, dass eben Sportclubs, um die es ja in erster Linie geht, Profivereine, wirtschaftlich erstens anders funktionieren, als es bei klassischen Unternehmen der Fall ist. Und zweitens, dass sie wirklich ohne eigenes Verschulden in diese Situation gebracht wurden und sich im Grunde genommen auch nicht bestraft sehen wollen für ihr konsequentes Verhalten, dass sich wirklich konsequent auch an der Gesundheit nicht nur ihrer Spieler, sondern auch ihrer Zuschauer ausgerichtet hat. Vielen Dank, Herr Michelmann, für das Eingangsstatement. Da werden wir sicher auf die einzelnen Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, in der späteren Diskussion dann auch noch näher zu sprechen kommen. Ganz kurz die Info an Johannes Steiniger. Ich habe dich jetzt nochmal zum Referent ernannt. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn du deine Webcam gleich auch anmachst. Genau, vorher würde ich das Thema Sport und Gesellschaft insgesamt nochmal betrachten wollen und gerne an Kevin Kühnert die Frage stellen wollen, welche gesellschaftliche Relevanz hat denn das Stattfinden von Profisport mit ZuschauerInnen aus deiner, vielleicht auch als Fußballfan, aus deiner persönlichen Sicht? Und zu welchem Punkt sind deiner Meinung nach ZuschauerInnen gegenüber dem gesundheitlichen Risiko dann auch vertretbar? Ja, einen schönen Nachmittag auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und dann gehen wir auch direkt ins Thema rein. Nicht nur als Fan, sondern ich glaube einfach, wenn man Teil dieser Gesellschaft ist und verfolgt, wie über Sport diskutiert wird, dass es eines der Smalltalk-Themen schlechthin bei uns allen im Alltag ist, dann merkt man ja ganz schnell, dass nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung von vielen, sondern es ist etwas, was Menschen halt gibt im Alltag, was ihnen ein Thema verschafft, eine Beschäftigung auch gibt. Das ist einer der größten Ehrenamtsbereiche, also sowohl der Breitensport, aber natürlich auch vieles, was rund um den Profisport passiert. Wir denken einfach nur an die Tausenden von Fanclubs und Ähnlichem, die existieren. Also das alles gehört ja zum Kosmos des Sports mit dazu und das lässt sich natürlich in einer Phase, wie wir sie im zweiten Quartal erlebt haben, komplett ohne Publikum, häufig auch ohne Spielbetrieb, so nicht auf andere Art und Weise imitieren. Man trifft sich mit seinem Fanclub nicht bei Trommelgruppe zu Hause, um das nachzuholen, was in Halle und Stadion nicht geht, sondern man ist dann eben beschäftigungslos an dieser Stelle. Insofern ist das schon richtig und ich finde auch nicht unangemessen, dass die Politik sich auch einen Teil der wertvollen Zeit im Moment nimmt, um die Fragen des Sports und die Rückkehr zum Spielbetrieb zu regeln, weil es eben nicht nur um die berühmten 22 Leute auf dem Platz geht oder in anderen Sportarten dann eben weniger, sondern auch um die vielen Leute drumherum. Jetzt ist gleichzeitig klar, Zuschauerinnen und Zuschauereinnahmen sind, wenn wir mal vom Fußball weggucken, insbesondere zu den Verbänden, für die Herr Michelmann auch spricht, ein ganz wesentlicher Teil der Einnahmequellen. Wir haben ja ein Gefälle zwischen dem Fußball und den anderen Teamsportarten, was den Faktor von Fernsehgeldern und Vermarktungsrechten angeht. Fußball sehr groß, selbst in der zweiten Liga noch, während das im Mannschaftssport daneben, insbesondere auch beim Handball, ich glaube, drei Prozent ausmacht und ein ganz wesentlicher Anteil die Zuschauerinnen und Zuschauereinnahmen und vor allem auch die Sponsoring-Einnahmen sind. Insofern ist eine Reduzierung der Kapazitäten schlägt dort natürlich besonders hart ins Konflikt vor. Wir sehen das beim Eishockey im Moment, wo vollkommen unklar ist, wann und ob überhaupt die Saison 2021 dann auch nochmal starten wird. Deswegen ist es richtig, da ist der Fußball ja allerdings Open Air auch vorangegangen, dass man das Ganze aufmacht und zwar nach dem, was jetzt aus allen Bundesländern immer gefordert wird. Klare, nachvollziehbare Regeln, an denen sich alle verbindlich orientieren können. Das ist also diese Inzidenz mit den 35 Fällen auf 100.000 Menschen in den letzten sieben Tagen. Das ist einfach nachvollziehbar. Ich mache ein Beispiel. Ich habe eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld. Samstag ist Heimspiel gegen Bayern München. Die Inzidenz steht nach Tagen des Steigens heute bei 34, ein bisschen. Also ich kann mir die Fahrt am Samstag sparen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist für mich als Fan bedauerlich. Aber es ist eine ganz klare, präzise Planbarkeit, die dahinter steht. Das hat nichts mit irgendwelchen gut dünkten Entscheidungen zu tun, sondern man kann sich darauf einstellen. Und vielleicht hat das sogar an der einen oder anderen Stelle, Fans sind ja nicht weniger in der Gesellschaft, auch eine disziplinierende Wirkung auf manche im Alltag. Wenn man weiß, mein Sportvergnügen am nächsten, übernächsten und überübernächsten Wochenende hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir uns alle an diese Regeln halten. Also ich bin abschließend vielleicht einer von denen gewesen, die, als es um die Öffnung des Fußballs Anfang Mai ging, sehr skeptisch bis ablehnend gewesen sind, weil es mir damals auch sehr stark um die Symbolwirkung ging im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, bei denen noch gar kein Licht am Ende des Tunnels war. Ich finde, wir wissen mittlerweile viel mehr über das Infektionsgeschehen, darüber, dass es eher um geschlossene Räume und jetzt auch nicht unbedingt große Sportarenen, wo die Decken sehr hoch sind und damit viel Luftvolumen drin ist, sondern um kleine Kneipen, schlechte Belüftungssituationen und so weiter geht. Das sollte man dann auch als Erkenntnis nutzen und sagen, ja, es ist schwierig, ein Bild aus einer Halle oder am Stadion zu sehen, wo tausende Menschen drin sind, weil uns das im Moment ungewohnt und antiintuitiv erscheint. Aber wir wissen genug über die Infektionen, um zu sagen, wenn die Hygienepläne stimmen, dann muss das auch funktionieren können. Danke, Kevin. Dann würde ich die nächste Frage einmal an Johannes Steiniger stellen, der mir gerade auch noch ein Zeichen gegeben hat, dass er uns hört und per Audio da ist. Und das geht dann auch, auch wenn es mit dem Bild nicht klappt. Johannes, wie hast du als Teil der Regierungskoalition den Stellenwert des Sportes in den letzten Monaten wahrgenommen? Und welche Herausforderungen für die Politik siehst du nun für die beginnende und teilweise auch schon begonnene Fußball, im Eishockey soll es jetzt bald starten, für die Sportsaison 2021? Ja, lieber Felix, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie hören mich. Es scheint so zu sein, dass die Apple-Software nicht so gut hier mit der Webinar-Software zusammenarbeitet. Aber wir versuchen es über den Weg. Also ich glaube, man muss zunächst mal festhalten, dass genau wie in allen oder in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen wir einfach gesehen haben, dass Corona den Sport in seiner kompletten Bandbreite getroffen hat. Also vom Kinderturn bis zu den Profiligen, über die wir ja eben auch schon mal andiskutiert haben. Aber ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass in der öffentlichen Aufmerksamkeit, jetzt mal außerhalb der Sport-Bubble, in der wir uns ja alle mehr oder weniger bewegen, die Bedeutung der Frage, welche Auswirkungen hat Corona auf Sport, eher niedrig war. Also wir haben Demonstrationen am Brandenburger Tor erlebt, von Kulturschaffenden, von Solo-Selbstständigen, von Schaustellern, von Leuten aus dem Veranstaltungsbereich. Aber wie das ja eben schon Kevin Kühnert angedeutet hat, als es um die Frage ging, Geisterspiele im Mai durch Fußball, da war ja die Diskussion eher, naja, also die Kitas sind noch zu, aber die Fußballmillionäre sollen hier schon am Wochenende spielen dürfen. Ich selbst habe das damals auch durchaus kritisch gesehen, auch in Hinsicht der symbolischen Bedeutung. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zurückschauen, sehen wir schon, dass die DFL dort ein mehr oder weniger Best-Practice-Hygienekonzept aufgestellt hat. Und mittlerweile kommt die gesamte Welt und fragt in Deutschland nach, wie das entsprechend dort gemacht worden ist. Aber insgesamt kann man feststellen, dass die Frage des Sports und die Betroffenheit durch Corona eher geringer war. Weil wir auf der einen Seite sehen, im Bereich Breitensport, also hier in meinem Wahlkreis, Trainings- und Spielbetrieb findet nicht statt. Bei uns in der Pfalz sind sämtliche Sportvereine immer auf Weinfesten unterwegs und haben da ihren Stand und finanzieren so ihre Vereine mit. In anderen Regionen ist das schützenfest oder auch andere Geschichten. Wir haben derzeit ein riesengroßes Problem im Bereich der Hallenbelegung, weil viele Hallen nicht die notwendigen Lüftungssysteme haben. Die Frage, welche Auswirkungen das Ganze auf den Nachwuchs haben wird, ist auch noch nicht geklärt. Das ist auf der einen Seite zum Breitensport und beim Leistungssport. Ich meine, Olympia ist ausgefallen. Wir haben dort Athletinnen und Athleten, die vier Jahre lang auf ein Ziel hingearbeitet haben, die jetzt nicht an Olympia teilnehmen konnten. Und ja, auch mit großen Auswirkungen, Sponsoring, Reiseplanung, aber auch die Frage, was ist eigentlich im nächsten Jahr? Und dann möchte ich gerne auf das kommen, was Herr Michelmann angedeutet hat. Und da hat insbesondere auch ihr Verband als Teamsport Deutschland sehr früh eine Sensibilisierung in der Politik geschaffen, dass eben in dem Nicht-Fußball-Bereich, der sich nämlich vornehmlich finanziert über Zuschauer und an den Zuschauer gebundene Einnahmen, wie die Bratwurst, das Sponsoring, aber auch das Merchandise, dass wir eben hier einen systematischen Unterschied haben und dass wir hier schon eine Hilfe brauchen. Es gab dann, Sie haben das eben so schön beschrieben, den klaren politischen Willen, hier zu helfen. 200-Millionen-Paket, was wir ja in der Koalition dann miteinander vereinbart haben, auch mit dem Haushaltsausschuss. Das war wirklich auch ein Kampf, muss ich, kann ich an der Stelle sagen, aber den haben wir gut bewältigt. Und wir sehen jetzt in der Umsetzung, dass, wenn die neuesten Zahlen sind, glaube ich, dass 56 Vereine einen Antrag gestellt haben mit einem Antragsvolumen von 17 Millionen, also weit unter 10 Prozent dessen, was wir eigentlich bereitgestellt haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal nachfassen und noch mal überarbeiten, um eben zu schauen, dass diese Sportarten, dass wir hier keine Insolvenzwelle bei den Vereinen erleben. Vielen Dank, Johannes. Du hast gerade schon auch ein bisschen die Sicht aus Rheinland-Pfalz angesprochen. Das ist die perfekte Überleitung zu Josefine als Landespolitikerin. Josefine, mit welchen Herausforderungen ist der Sport auf der einen Seite, den Unterschied hatten wir gerade auch schon thematisiert, der Breitensport und auf der anderen Seite der Profisport, trotz der Lockerungen nun weiterhin konfrontiert? Welche Perspektive hast du da aus Sicht des Flächenlandes NRW, in dem ja unfassbar viele Sportvereine sowohl im Breitensport als auch im Profisport sind? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass wir diese Runde hier machen. Ich glaube, es ist in der Tat ein sehr spannendes Thema und auch ein Thema, was uns noch weiter begleiten wird, weil ich kann daran anknüpfen, was Kevin Kühnertz gesagt hat, dass im Grunde genommen oder auch Johannes Steininger die Frage von Sport und welche Auswirkungen das auf den Sport hat, sicherlich nicht im Zentrum zunächst der Diskussion bestanden hat, sondern im Zentrum der politischen Auseinandersetzung stand durchaus so dieses ein bisschen Gegeneinanderstellen von warum reden wir über Profisport, weil der Männer, während die Kitas und die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen zumindest noch zu sind. Das trifft aber natürlich nicht den Kern der Debatte, obwohl ich das nachvollziehen kann, woher der Impuls kam. Ich finde das auch retrospektiv immer noch eine bisschen merkwürdige Prioritätensetzung, dass zumindest wir in Nordrhein-Westfalen früher über Möbelhäuser und über Profifußball gesprochen haben und erst später die Ideen dafür hatten, wie kann man denn eigentlich die Kinder wieder in Bewegung bringen. Was ich aber auch nochmal wirklich unterstreichen will, ist die Frage der Solidarität. Ich glaube, die Sportvereine und Verbände haben diese Situation sehr, sehr solidarisch getragen, sofort auch reagiert und auch die Mitglieder haben diese Situation, gerade auch im freiten Sportbereich, sehr, sehr solidarisch getragen. Ich kriege nicht die Rückmeldung, dass es schon die großen Austrittswellen gibt. Ich hoffe, das wird auch so bleiben, weil es eben tatsächlich eine große Solidarität an der Stelle gibt. Ich habe aber auch feststellen können, dass es viele Ideen auch gegeben hat, wie kann man in Kontakt bleiben, wie kann man vielleicht auch Online-Angebote schaffen, um irgendwie diese schwierige Situation mit dem, was Sport ausmacht, nämlich Gemeinschaft zu vermitteln, etc. doch irgendwie auf andere Art und Weise überbrücken zu können. Trotzdem muss man natürlich feststellen, dass die Situation sehr, sehr herausfordernd ist für den Sport, sowohl den Breitensport als auch den Profisport. Und das ist in Nordrhein-Westfalen natürlich deutlich spürbar. Wir haben viele, viele Vereine. Wir haben allein 19.000 Sportvereine in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung hat schnell reagiert und ein 10-Millionen-Programm auch für den Breitensport aufgelegt. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig und gut gewesen, dass sie das so schnell gemacht haben. Aber auch dort zeigt sich ein bisschen die Schwierigkeit, die, glaube ich, auch beim 200-Millionen-Programm dahinter liegt. Ich muss erst mal deutlich machen, dass ich sozusagen hart an der Grenze zur Insolvenz bin. Und ich weiß nicht, ob das passgenau das ist, was wir gerade an Unterstützung brauchen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, bei dem wir uns erhalten müssen, ist tatsächlich die Frage von, wie können Corona-bedingte Mehrausgaben und Mehrkosten tatsächlich auch abgedeckt werden. Die Frage von notwendigen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten, die insbesondere auch im Breitensportbereich und im Kroposportbereich, will das nicht anders sein, wirklich auch an die Wirtschaftlichkeit gehen. Und darüber wird man sich unterhalten müssen. Und eine abschließende Bemerkung will ich als Landpolitikerin natürlich auch noch irgendwie reinwerfen. Wir müssen auch darüber sprechen, dass am Ende nicht die Kommunen gerade für den Breitensport, die fläche zahlen, alleingelassen werden mit Corona-bedingten Mehrkosten. Stichwort Schwimmbäder beispielsweise, die einen immens höheren Kostenaufwand haben durch notwendige Hygienekonzepte. Wir müssen auch aufpassen, dass natürlich über eine drohende Schieflage oder noch schlimmer werdende Schieflage der kommunalen Finanzen am Ende der Sport sozusagen die Fläche zahlen muss, insbesondere der Breitensport die Fläche zahlen muss, weil Sport und Bewegung zwar, wie wir alle jetzt einvernehmlich festgestellt haben, auch immens wichtig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber es ist keine Pflichtaufgabe. Das heißt, wenn das Geld knapp wird, dann geht das natürlich auch an die Ressourcen des Sports. Vielen Dank, Josefine. Vielen Dank an alle für die Eingangsstatements, die sicher gleich viel Stoff schon für die anschließende Diskussion bieten. Ich würde in diese offene Diskussion, in der Sie gerne aufeinander einfach eingehen können, gerne noch starten und einwerfen den Punkt, der vom Deutschen Olympischen Sportbund gestern kam. Wir hatten eine zweite Erhebung bereits in Auftrag gegeben, welche langfristigen Folgen denn jetzt für den Sport entstehen. Ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben, zwei der Kernpunkte des Fazits waren, dass auch Profiklubs oder insgesamt Sportvereine zu wenig Rücklagen haben und eine hohe Abhängigkeit von Veranstaltungen und damit auch von Zuschauerinneneinnahmen besteht. Ich würde gerne starten, Herr Michelmann, wie das denn? Ich meine, was beim DOSB rauskommt, kann man dann immer auf die Teamsportverbände wahrscheinlich nicht hundertprozentig übertragen, weshalb es diese Parallelstruktur ja auch gibt. Wie schätzen Sie da, Sie hatten das ja anfangs schon angewissen, die Situation in den verschiedenen Sportarten, die Sie auch vertreten? Da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede ein. Und was sagen Sie zu dem Punkt, dass zu wenig Rücklagen bestehen und dann gerne an alle anderen direkt darauf eingehen? Naja, die Profiklubs sind ja schon Wirtschaftsunternehmen und wenn sie keine Rücklagen gebildet hätten, würden sie ja noch nicht mal bis jetzt kommen. Das heißt, mir ist jetzt nicht bekannt, dass jemand Corona-bedingt in Insolvenz gegangen ist. Deswegen haben wir ja immer gesagt, die Clubs kommen über den Sommer, aber sie kommen nicht über den Winter. Wenn sie keinen Rücklagen hätten, würden sie bis jetzt nicht kommen. Also kann man davon ausgehen, dass unsere Profiklubs doch gut wirtschaften können. Aber wofür sie nichts können, und Herr Kühnert hatte das ja angedeutet, dass sie natürlich, wenn sie auf einen großen Teil der Zuschauereinnahmen angewiesen sind und gleichzeitig ihnen sozusagen untersagt wird, meine ich es nicht als Bewertung, sondern als Beschreibung, dass sie dann natürlich Probleme bekommen, wo der Staat helfen muss, was er zum Glück auch getan hat. Und jetzt mal auf die Sportarten in ihrer Unterschiedlichkeit so ein klein wenig und auch auf das Thema Profis und Amateure. Also wir haben beim Fußball die Situation, dass die erste, zweite Liga sicherlich auch unter der Corona leidet, aber so ähnlich wie es Herr Kühnert dargestellt hat, leben die ja viel stärker von den Fernsehgeldern als von den Zuschauereinnahmen, so wie das bei dritter Liga Fußball und abwärts dann aussieht. Deswegen ist es ja auch in Ordnung, dass in dieses Hilfspaket ursprünglich die ersten und zweiten Ligen, diese anderen vier Sportarten, also Eishockey, Handball, Volleyball, Basketball genommen wurden und die dritte Liga Fußball und die Frauenbundesliga. Das finde ich auch von daher in Ordnung. Das passt auch wirtschaftlich so einigermaßen. Dann ist es natürlich für die Politik, und das ist ja auch nicht vorzuwerfen, nicht so ganz einfach, das auf den Millimeter passgenau zu machen. Das heißt, die Politik hat, so ist mein Eindruck, damit auf jeden Fall den Sportarten Volleyball, Handball und soweit ich sehe Basketball nahezu optimal geholfen. Das Budget beim Eishockey ist einfach ein Stück größer, als mit dieser 800.000 Euro Hilfe möglich ist. Das ist im Moment so ein Ehrenproblem. Und beim Fußball, soweit ich es mitbekommen habe, ist es tatsächlich eine gute Hilfe für die dritte Liga und auch für die Frauenfußball-Bundesliga-Clubs. Und dann gab es ja noch eine Nachbesserung. Die kam in erster Linie vom Eishockey, wo es darum ging, auch die dritten Ligen mit in dieses Paket reinzunehmen. Also dritte Liga Eishockey, Handball, Volleyball und so weiter und so fort. Was in erster Linie den Grund hat, dass beim Eishockey die dritten Ligen deren Nachwuchsspieler Hauptreservoir sind. Deswegen ist die dritte Liga beim Eishockey eben so wichtig. Und das fand ich auch sehr gut, dass die Politik dem gefolgt ist. Und die weitere Erweiterung war, auch die Verbände mit reinzunehmen. Da geht es auch um uns selbst. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, zum Beispiel viel weniger um uns selbst, ist es einfach so, dass durch die vielen ausgefallenen Spiele, ich bleibe mal jetzt bei der Sportart, von der ich ein bisschen mehr verstehe, als von den anderen, nur um es deutlicher zu machen. Durch die vielen ausgefallenen Spiele und vor allem die großen Turniere ist der Terminkalender der Handball-Bundesliga, der sowieso schon sehr knapp ist, mit Blick auf Olympia nochmal sozusagen verdichtet worden, weil die Olympia-Qualifikation von 20 auf 21 verschoben wurde, Olympia von 20 auf 21 verschoben wurde, die Champions League Final Fours von 20 auf 21 nicht nur verschoben, sondern auch nachgeholt werden müssen. Und da ist es natürlich gut, wenn zu den Verbänden auch die Liga-Verbände zählen und die Politik sagt, okay, er kriegt, wenn er das nachweist, genauso wie die Klubs, bis zu 80 Prozent Ausgleich für die fehlenden Zuschauer einnahmen, auf dieses oder jenes Turnier vielleicht verzichten zu können, um mit Blick auf die Gesundheit der Spieler und auf die Vorbereitung für Olympia tatsächlich auch noch verantwortungsbewusst handeln zu können. Also von daher da auch herzlichen Dank. Und die andere Geschichte ist, dass der DOSB zu Recht auf die Probleme hinweist, die es in der Zukunft auch im Amateur- und Breitensport geben wird. Mein Eindruck ist, dass es, wenn Sie ehrlich sind, und Sie sind ja ehrlich, die Vereine unterhalb der dritten Ligen es zunächst finanziell nicht so getroffen hat, weil in der Regel die Reisekosten höher sind als die Zuschauereinnahmen bei denen. Ich rede jetzt mal von den vier Sportarten. Beim Fußball ist es vielleicht vom Freitag noch ein bisschen anders, aber im Kern ist es so. Und wir haben, Frau Paul, da haben Sie recht, wir haben auch keine großen Austrittswellen beim Sport. Wir haben eine große Solidarisierung. Aber wir können jetzt schon eins sehen, dass dadurch, dass die Sportarten nicht stattfinden und insbesondere durch ihre Protagonisten in den Top liegen, dass wir Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu gewinnen. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass wir den Sport im wahrsten Sinne des Wortes im Bild behalten, damit die Jungen, also die Kinder, Jugendlichen, insbesondere geht es aber tatsächlich um Kinder, den Sport ja überhaupt sehen können. Die müssen ja auch wissen, wofür sie sich begeistern sollen. Und das ist natürlich eine Prognose, die im Moment tatsächlich in die Richtung geht, dass wir Mitgliederverluste in erster Linie dadurch haben werden, dass uns sozusagen die Mitgliederzuwächse in allen Sportarten fehlen werden. Das ist, glaube ich, abzusehen. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir haben das beim Bandball versucht, indem wir zwei Wege begangen sind. Wir haben uns an den Leitplanken vom DOSB orientiert und haben einmal die Rückkehr zum aktiven Sport unter dem Motto Return to Competition bei den Profis und bei den Amateurern Return to Play, also in sechs verschiedenen Stufen, den, so wie es Frau Palo angedeutet hat, also jetzt über Video, Internet und so weiter und so fort, den Vereinen auch an die Hand gegeben, also auch eine Hilfe an die Hand gegeben, die auch die Amateurvereine wieder in den normalen Wettkampf, Trainings- und Spielbetrieb kommen können. Das war, glaube ich, für die eine ganz gute Hilfe. Aber insgesamt, das wissen wir natürlich, ist diese Situation für den Sport insgesamt natürlich schon eine bedrohliche Situation, das ist ganz klar. Wenn Sie möchten, Kevin oder Josefine, Johannes, direkt dazu. Sonst kann ich gerne noch eine Fragestellung mit einwerfen. Also ich glaube, was ja ganz, ganz spannend an der Situation ist, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, ist, wie ist die Einheitlichkeit der Regelung? Also aktuell, das wurde ja auch schon angesprochen, haben wir ja, dass es die ordentlichen Gesundheitsämter oder der Inzidenzwert, das halt jeweils entscheidet, sollte es dabei bleiben oder sollte es womöglich dann doch eine komplett einheitliche Regelung geben? Wenn da keine Zuschauer zugelassen sind, dürfen Sie da auch nicht? Oder wie sieht das mit der weiteren prozentualen Regelung aus? Also das, was jetzt beschlossen wurde, gilt ja nur noch bis Ende Oktober mit dieser 20-Prozent-Regelung. Die Frage ist ja, wie geht es danach weiter? Genau, Kevin oder Josefine, wer möchte. Josefine, wie du magst, soll ich... Alles klar, dann fange ich an. Also ich finde, und zwar nicht nur mit Blick auf den Sport, eine bundesweite Vergleichbarkeit von Werten, an denen wir uns orientieren, extrem wichtig, denn die sind ja nicht ausgewürfelt worden, sondern die folgen ja klaren, auch politisch begründeten Maßgaben. Ich hoffe, das zieht sich auch durch die Beratung durch, die wir jetzt gerade zwischen der Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten laufen, wo wir leider im Vorfeld schon gehört haben, einzelne Bundesländer finden, dass auch eine Inzidenz von 100 auf 100.000 Menschen ein guter Richtwert wäre. Das irritiert mich dann schon, weil zumindest ich auch in meiner kommunalpolitischen Perspektive vor Ort in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, dass irgendwann wir an Punkte von Fallzahlen kommen, bei denen die Gesundheitsämter und die ihnen zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten nicht mehr ausreichen, um die Nachverfolgung der Infektionsketten vorzunehmen. Und für das alles machen wir das ja, egal über welchen gesellschaftlichen Bereich wir sprechen. Wir bremsen deshalb, weil wir die Kontrollierbarkeit des Infektionsgeschehens im Blick haben. Und weil es, das folgt ja auch ein bisschen unserer bisherigen Diskussion, natürlich immer nochmal einen besonders kritischen Blick auf die nicht ganz zwingend notwendigen Bereiche unseres Lebens, wie eben auch, wenn es uns wehtut, den Sport gibt, haben wir ja mit der 35, wenn wir jetzt auf die Bundesliga gucken, dort auch nochmal einen niedrigeren Wert angesetzt, um zu sagen, so es gibt jetzt auch nochmal eine Abstufung zwischen den verschiedenen Ebenen. Ich finde das wichtig, dass das einheitlich gehalten bleibt. Und ich finde, um vielleicht diesen Gedanken, falls er hinter der Frage stand, auch vorwegzunehmen, ich finde das auch keine Wettbewerbsverzerrung oder so, dass dann unterschiedlich viel oder manchmal auch gar keine Leute in Stadien oder Hallen dürfen, weil erstens das dem Gedanken widersprechen, dass es in erster Linie um den gesundheitlichen Schutz im Moment geht. Und zweitens haben wir das ja in Normalzeiten auch nicht. Also Borussia Dortmund spielt nun mal vor über 80.000 Leuten im ausverkauften Westfalenstadion, während der SC Paderborn letztes Jahr mit 15.000 Leuten Erste Liga gespielt hat. Ähnliche Beispiele können wir aus allen Sportarten finden. Käme jetzt keiner auf die Idee zu sagen, das ist ja eine Wettbewerbsverzerrung im laufenden Betrieb. So ist das eben. Und klar, die Vereine sind jetzt wahrscheinlich am meisten angeschmiert, die in den Großstädten und Metropolregionen beheimatet sind. Denn so, wie wir im Moment sehen, wie das Infektionsgeschehen sich entwickelt, werden dort die Inzidenzwerte als erste überschritten. Und damit folgt auch der Zuschauerausschluss an erster Stelle. Das ist, glaube ich, das, was man einfach als Gauss- und Normalverteilung jetzt auch ein bisschen begreifen muss an der Stelle. Die haben an anderer Stelle dann Vorteile. In der Metropolregion habe ich dafür mehr in der Regel zahlungskräftige Sponsoren vielleicht, die ich gewinnen kann für meinen Verein. Also ich finde das im Grundsatz schon gut und richtig, wie das im Moment passiert. Und bin auch froh, dass im Gegensatz zu manchen in der politischen Verantwortung aus dem organisierten Sport heraus hier keine lautstarken Forderungen nach einer sehr starken Regionalisierung von Kennziffern folgen. Ich glaube, dass genau das auch der Weg sein muss, dass man weiter bei nachvollziehbaren Zahlen bleibt. Das ist im Einzelfall natürlich eine schwierige Situation. Das ist auch für die Sportarten unterschiedlich schwierig. Aber ich glaube, wir müssen zusätzlich eben sehen, wie kann man den Sport dann passgenau auch tatsächlich unterstützen. Also wo muss es Nachsteuerungen geben, möglicherweise im weiteren Verlauf der Pandemie, was Liquiditätshilfen angeht. Wo muss es aber auch weitere Unterstützung geben, was beispielsweise Belüftungssysteme etc. angeht. Ich kann mir vorstellen, dass bei Freiluftsportarten eben es einfacher sein wird, auch in den kommenden Monaten, als das im Winter auch bei Hallensportarten ist. Obwohl eine Halle natürlich was anderes ist als eine Kneipe oder ein kleiner Klassenraum. Aber nichtsdestotrotz werden wir dahin kommen müssen, auch darüber zu sprechen, damit wir eben in, ich mag dieses Wort nicht, aber in so eine Form von angepasster Normalität kommen. Wir werden noch, glaube ich, sehr lange mit dieser sehr unübersichtlichen Situation leben müssen. Die kann sich immer mal wieder sozusagen mittigungsbedingt verändern. Aber momentan sehe ich noch nicht, dass wir tatsächlich irgendwie relativ schnell Impfstoff etc. haben, wenn wir das erleichtern, daraus kommt. Was also bedeutet, wir werden weiterhin Regeln aufstellen müssen, die es uns ermöglichen, nicht ganz so auf Sicht zu fahren, aber Regeln aufzustellen, die eben es ermöglichen, regional auf das Infektionsgeschehen abgestimmt und zeitlich eben darauf zu reagieren. Und das wird leider, leider immer wieder bedeuten, dass es dann eben auch die relativ kurzfristige Aussage geben muss, dass die Nationalmannschaft beispielsweise der Männer wie gestern an involären Rängen spielen muss. Dass das aber vielleicht in einem anderen Teil Deutschlands anders gegangen wäre, wenn das Spiel jetzt in Leipzig stattgefunden hätte, weil ich gerade nicht weiß, wie viele die Inzidenzwerte in Leipzig sind, auswendig. Aber ich glaube, darauf wird man sich in der Perspektive weiter einlassen müssen. Und ich glaube auch, dass man aber auch nochmal hinschauen muss, dass man eben gleichermaßen so gut den Profisport und den Breitensport im Blick zu behalten, dass es eben nicht nur für die großen Hallen die Möglichkeit geben muss, sich auch anzuschauen, können wir neuere Filteranlagen etc. dort einbauen, sondern dass das auch für die breiten sportgenutzten Hallen möglich sein muss. Denn wir werden jetzt erleben, es wird alles schwieriger werden für Spirren und Schüler. Ich glaube aber, dass in einer angespannten Situation, die wir jetzt gerade haben, insbesondere auch Bewegungsangebote von immenser Wichtigkeit sind, auch für Kinder und Jugendliche. Wenn das aber alles nicht möglich ist, weil einem vielleicht ausnahmsweise mal nicht droht, das Hallendach über dem Kopf zusammenzustürzen, sondern eben schlicht und ergreifend aufgrund der Infektionsfrage eigentlich fortbringend nicht so richtig zu verantworten ist, Klammer auf. Ich sehe auch noch nicht so ganz, wie tatsächlich jetzt alle Schülerinnen und Schüler im Winter mit Maske das machen sollen. Das habe ich gesehen, dass andere Liegen das irgendwie auch schon überlegen in anderen Ländern, ob das irgendwie so der Weisheit letzter Schluss ist, mal ein Fragezeichen dran machen. Also auch dafür, ich glaube, wir müssen dahin kommen, zum einen uns Möglichkeiten zu schaffen, flexibel reagieren zu können, zum anderen aber auch wirklich jetzt mehr in technische Lösungen zu investieren und da zu schauen, wie man mehr möglich machen kann, auch über solche Formen. Dann Herr Steiniger und dann Herr Michemann. Ja, herzlichen Dank. Also beim Thema einheitliche Regeln haben wir keinen Dissens. Ich denke, einfach für die Akzeptanz von Regeln, wo wir ja auch derzeit merken, dass wir da an der einen oder anderen Stelle auch ein Problem bekommen werden. Stichwort Beherbergungsverbot, wo am Schluss keiner mehr genau jetzt nachvollziehen kann, welche Sinnhaftigkeit da eigentlich ist. Also für die Akzeptanz von Regeln ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einheitliche Regeln in Deutschland haben. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt auch sieben, acht Monate, nachdem diese Pandemie ausgebrochen ist, überlegen müssen, wie können wir eigentlich kluge Konzepte in den verschiedensten Lebensbereichen herstellen, um möglichst normal leben zu können. Und da ist für mich eben schon die Frage, ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass im Sportkontext es jetzt zu großen Hotspots gekommen ist. Anders als beispielsweise jetzt bei größeren Familienfeiern, 60. Geburtstage, Hochzeiten, wo wir ja an verschiedenen Stellen gesehen haben, dass das tatsächlich dann Hotspots geworden sind. Im Bereich des Sports ist mir das nicht bekannt, was ja auch vergleichsweise logisch ist. In den Kontaktsportarten habe ich eher kurze Kontakte. Bei anderen wie Tennis bin ich relativ weit auseinander. Also auch da müssen wir, glaube ich, differenziert rangehen. Und ich würde den Herrn Michelmann dann schon auch mal fragen, jetzt mit den 20 Prozent Zuschauerkapazitäten. Ist das denn etwas, was Ihnen überhaupt hilft in Ihrem Bereich jetzt Handball? Oder ist das nicht eher, so geht es mir an verschiedenen Stellen gesagt, ein Traupflegegeschäft, wo die Kosten dann eher höher sind als die Einnahmen durch die 20 Prozent? Und vielleicht müssen wir auch überlegen, im ÖPNV, in der S-Bahn, sitzen wir auch mit Mund-Nasen-Schutz. Warum soll sowas eigentlich nicht im Stadion auch möglich sein, wenn man es dadurch schafft, diese 20 Prozent vielleicht ein bisschen zu erhöhen? Also mein Petitum wäre schon Hygienemaßnahmen, kluge Konzepte, um eben zu schauen, an möglichst vielen Stellen, möglichst vielen Lebensbereichen auch zu einer annähernden Normalität zu kommen. Ein Gedenk der Tatsache, dass ich natürlich weiß, dass wir gerade in Richtung Winter unterwegs sind, dass die Zahlen, die wir derzeit vor uns haben, durchaus bedrohlich sind. Aber insbesondere im Sport habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass es hier zu besonderen Pandemie-Hotspots entsprechend gekommen ist. Herr Michelmann. Das ist ein sehr gutes Stichwort, Herr Steininger. Und ich möchte auch an das anknüpfen, was Frau Paul da gesagt hat. Und zwar unter dem Stichwort Regeln. Das ist ein Thema, das wir öffentlich noch gar nicht diskutiert haben und was möglicherweise, aber der Unterschied ist zwischen den Partygesellschaften und was dieser oder jener da in seiner Freizeit so veranstaltet und den Sportlern. Das ist mir heute Morgen wirklich erstmal bewusst geworden. Im DOSB sind nur die Sportarten und nur die sind auch als gemeinnützig anerkannt, die Regeln haben. Und das heißt, unsere Sportler, und das betrifft natürlich knallhart die Teamsportler, die sind es auch ihr gesamtes sportliches Leben gewohnt, sich an Regeln zu halten. Und sie sind es auch gewohnt, dass das Nichtbefolgen von Regeln auch sofort sanktioniert wird. Also wenn ich das mal so sagen darf. Von daher reagieren unsere Schiedsrichter bei den Sportarten schneller, als es sozusagen ansonsten im öffentlichen Leben passiert. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, Herr Steininger, dass wir keine Infektionsherde weder in den Stadien noch in den Hallen haben. Ich war am vergangenen Wochenende in Dortmund beim Spiel BVB Frauen gegen ZSK Moskau und war wirklich, also das war ja gut, ich war ja da wirklich nur normaler Gast, war sehr angetan, wie professionell, wie freundlich, aber wie trotzdem, wie professionell da in der Halle mit dem Thema umgegangen wurde. Und sehe das in ähnlicher Weise in den Stadien und sehe das auch in allen anderen Hallen. Es ist mir aber noch nicht was anderes berichtet worden. Und das ist auch ein Teil dessen, weswegen wir keine Infektionsherde beim Sport haben. Und das ist auch eine Beispielwirkung vom Sport, abgesehen von der Bewegung und abgesehen davon von der Volksgesundheit. Oder manche sagen auch salopp, Brot und Spiele oder so. Aber das ist auch ein Punkt, den wir in letzter Zeit vielleicht auch viel zu wenig nach außen gestellt haben. Dass unsere Sportler, unsere Sportclubs, unsere Sportvereine auch ein gutes Beispiel dafür sind, was passiert, wenn wir an Regeln, wie es Herr Kühnel oder wie Sie es alle gesagt haben, an Regeln, die wir gesellschaftlich aufgestellt haben, wenn wir uns an die auch halten. Und ich sehe, dass die Clubs sich sehr konsequent an diese Regeln halten. Natürlich sind sie existenziell betroffen und sind schon aus dem Grund bemüht, sich an die Regeln zu halten. Aber es liegt sozusagen auch so ein klein wenig in der sportlichen DNA, zu sagen, wir spielen immer mit Regeln. Wir sind es gewohnt, mit Regeln zu arbeiten. Und wir sind es auch gewohnt, dass es ansonsten Sanktionen gibt. Wofür es, glaube ich, auch Verständnis gibt bei denen, die die Möglichkeiten bekommen, sich zu öffnen. Und von daher möchte ich einfach davor warnen, Sportveranstaltungen mit irgendwelchen anderen Gaudi-Tumsveranstaltungen gleichzusetzen. Erst recht in dieser Zeit, wo alle auch viel stärker sensibilisiert sind, als es noch vor einem Jahr natürlich der Fall war. Das ist das eine zum Thema Regeln. Und das andere, haben Sie ganz richtig gesagt, Frau Paul, was wir, glaube ich, auch bis jetzt zu wenig transportiert haben. Es geht immer um möglichen finanziellen Ausgleich. Das ist doch alles in Ordnung. Aber wir müssen natürlich auch die technischen Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Also es ist ja jetzt inzwischen allgemein bekannt, dass diese Aerosole sich bei guter Belüftung entsprechend verteilen. Und dass es von daher natürlich auch möglich ist, verantwortungsvoll mehr Zuschauer und Zuschauerinnen zuzulassen. Dafür, soweit mir bekannt ist, Herr Steiniger, gibt es ja auch ein Förderprogramm des Bundes, was ziemlich umfassend ist. Die Situation ist nur so, soweit ich sehe, ist es ein Programm, das allein der kommunalen Sportförderung zugedacht ist, was im Prinzip in Ordnung ist. Nur das bedeutet, dass die Kommunen in Abstimmung mit ihren Ländern natürlich auch, Sie hatten es ja gesagt, Frau Paul, obwohl der Sport keine Pflichtaufgabe ist, dann auch dafür sorgen müssen, dass diese Mittel abgegriffen noch dafür eingesetzt werden. Nur dann ist es nämlich auch möglich, nicht nur bei den Spitzenclubs, sondern auch im Amateur- und Breitensportbereich dafür zu sorgen, dass ohne Vertrieb, also das sozusagen bei einem vertretbaren Risiko, da auch wieder Zuschauer in die Hallen kommen können. Herr Sofine? Ich will das nochmal unterstreichen, Herr Michelmann, was Sie gerade gesagt haben, weil ich das auch durchaus eine wichtige Diskussionsgrundlage finde. Also wir sprechen ja immer darüber, an welchen Stellen irgendwie kann man ein Öffnen wieder möglich machen oder langsam überlegen, welche Konzepte können es sein. Ich kann mich noch ganz am Anfang an die Diskussion um Geisterspiele im Fußball erinnern, wo davor gewarnt wurde. Selbst wenn es Geisterspiele gibt, es wird auf jeden Fall Fan-Demonstrationen geben und die werden auf jeden Fall absolute Hotspots werden und die werden sich benehmen, wie die letzten, was auch immer Sie sich jetzt für ein Wort da selber ausdenken wollen. Aber ich glaube, auch da ist nochmal deutlich geworden, dass auch die Frage von Solidarität auch eine ist, die die Fans mitgetragen haben, egal übrigens in welcher Sportart, dass auch die Fans solidarisch mitgetragen haben, dass es jetzt an der Zeit ist, eben jetzt auf Dinge auch zu verzichten. Und ich finde die ersten, obwohl ich wirklich sagen muss, ich war sehr, sehr skeptisch, aber die ersten Versuche auch im Fußball, aber auch wenn man die anderen Sportarten sieht, wie auch unterschiedliche Konzepte funktionieren können. Und da ist ja Maske tragen zum Beispiel etwas, was in manchen Hallen und Stadien dann durchaus sein muss, etc. Also dass das durchaus auch funktioniert. Und wenn die Annahme richtig ist, ich glaube, Herr Steininger war es vorhin, der das gesagt hat, wenn die Annahme richtig ist, dass das Konzept der DFL auch durchaus beispielgebend gewesen ist, dann muss man sagen, unter Umständen gilt das für den gesamten Sport, dass hier exemplarisch Dinge erprobt werden können, die dann möglicherweise auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen neue Möglichkeiten eröffnen. Und natürlich muss man auch da dann anfassen und sagen, gut, ich gehe auch gerne starten, ich bin auch großer Fußballfan und ja, aus meiner Sicht ist es auch schöner, wenn man singen kann und dabei ein Bier trinken kann. Aber wenn es im Moment eben so nicht geht, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn es zu den angepassten Regeln dazugehört, dann gibt es eben weitere Abstände, dann gibt es eben all das, was sozial damit einhergeht, eben nicht. Dann gibt es auch Alkoholverbote konsequenterweise. Aber ich glaube schon, dass es absolut essentiell ist, dass man irgendwann auch wieder in so eine Normalität des Profisports kommt, weil ich glaube, dass Sie absolut recht haben, Herr Mönchelmann, ohne diese Sogwirkung und die Zugkraft des Profisports werden wir auch Probleme bekommen im Breitensport. Ich glaube, das ist absolut so. Andersrum bekommen wir natürlich im Profisport auch Probleme, wenn wir es nicht schaffen, auch vernünftige Regularien für den Breitensport als Unterbau zu finden. Dann Herr Steiniger und dann Herr Frieder. Also ich finde, das, was Sie, Frau Paul, ganz am Schluss gesagt haben, trifft eigentlich den Nagel komplett auf den Punkt. Dieses exemplarische Erproben von Leben in Normalität hat offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten im Sport ganz gut funktioniert. Und wir brauchen ja auch, sage ich mal, diese Art von Sandkasten, in denen wir dann sowas erproben, weil wir ja im Bereich der Veranstaltungsbranche, in dem Bereich, wie sollen eigentlich Messen stattfinden können, dass auch der Messestandort Deutschland nicht gefährdet ist. In der Frage Weihnachtsmärkte, Volksfeste und vieles andere brauchen wir einfach gute Konzepte. Und da ist es tatsächlich so, dass man da im Sport das eine oder andere sehr gut erproben kann. Also kann ich nur absolut unterstreichen. Ich will zum Thema differenzierte Regelungen schon auch noch eines sagen, was mich ein bisschen geärgert hat. Das war in einer der letzten Sportausschusssitzungen. Da kam dann irgendwie raus, dass unsere Nachwuchsathleten im olympischen Bereich bestimmte Trainingslager oder Wettkämpfe im Ausland nicht haben machen dürfen, weil ihre Reisetätigkeit analog zu einer Reisetätigkeit im touristischen Bereich gesehen wurde. Also das kann ja an der Stelle tatsächlich nicht sein. Also wir müssen bei der Frage von Reiseplanung, auch von Quarantäne-Vorschriften, auch aus meiner Sicht da die Spezifika von Profisport besser in den Blick nehmen. Und dann zu dem Programm. Ich weiß jetzt nicht genau, Herr Michelmann, welches Bundesprogramm Sie meinen. Ich schätze, dass es das Programm ist, Sanierung kommunaler Städten im Bereich Sport, Jugend, Kultur. Da haben wir ja im Bereich des Corona-Konjunkturpakets nochmal eine Erhöhung gemacht von 400 Millionen Euro, aber das ist kein spezifisches Programm für Lüftungsanlagen, sondern da geht es um die vielen Sportanlagen in ganz Deutschland, die entweder in Vereinshand oder in kommunaler Hand sind, die saniert gehören. Und ich glaube, das letzte Programm, das wir hatten, 2018, war glaube ich 16- oder 17-fach überzeichnet. Also da war damals für die 200 Millionen waren irgendwie 1,6 Milliarden beantragt. Und es hat dann, deswegen sehe ich das Programm durchaus an der einen oder anderen Stelle kritisch. Es hat nämlich sehr viel mehr Enttäuschte produziert als diejenigen, die dann profitieren konnten. Aber klar, man muss schauen, ob vielleicht da auch eine Möglichkeit ist. Nur habe ich heute aus der Praxis, zufällig, hat nichts mit der heutigen Diskussion zu tun, aber eine Vorlage aus dem Nachbardorf in meinem Wahlpreis bekommen, wo es genau um die Frage einer Lüftungsanlage geht. Da sprechen wir in der einfachen Version von 100.000 Euro, um eine Dorfhalle zu sanieren mit einer Lüftungsanlage. Aber das ist die schlechtere Variante. Wenn man es richtig machen will, sprechen wir von 600.000 Euro. So, und das ist eine kleine Halle in einem Dorf in Deutschland. Und bei der Vielzahl von Vereinen, die wir haben, ist also die finanzielle Dimension, glaube ich, nicht abzuschätzen. Also wenn, oder? Danke, dann Kevin Kühnert und dann nochmal Herr Michemann. Ich will gerne nochmal versuchen, mit ein, zwei Beispielen aus den letzten Monaten nochmal die psychologische Komponente zu beleuchten, die dahinter steht. Also ich komme im Ergebnis zum gleichen Schluss, dass wir wahrscheinlich mit den Hygienekonzepten, mit denen jetzt gearbeitet wird, die sich mitunter auch bewährt haben, an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr machen könnten, als das jetzt aktuell auch rund um den Saisonstart in der einen oder anderen Liga funktioniert. Ich finde es aber wichtig, sich in nachvollziehbaren Schritten hineinzuwachsen in diese Zahlen. Ein Positiv- und ein Negativbeispiel vielleicht an dieser Stelle. Wir haben alle noch in Erinnerung, im August oder September muss das gewesen sein, in der Debatte über das Großkonzert im Stadion in Düsseldorf, wo ich glaube 13.000 Leute rein sollten. Das war für viele Leute nicht nachvollziehbar, weil sie über Monate heftigen Verzicht geübt haben. Und jetzt kam plötzlich jemand und sagte, wir machen das Stadion auf und es kommt eine fünfstellige Anzahl an Menschen dort zusammen. Das ist ein zu großer Schritt gewesen, der einfach völlig unabhängig von Konzepten, egal wie gut sie sind, nicht mehr nachvollziehbar gewesen ist. Wenn ich im Handball zum Beispiel gucke, wie der, wie der FK Leipzig im Sommer die Testspielphase genutzt hat, um von Spiel zu Spiel mit wachsenden, niedrigen Zuschauerzahlen zu erproben, auch stellvertretend für die Stadt Leipzig und das Hallenkonzept dort vor Ort, wie es gehen kann. Wenn man, ich glaube, gegen Kielsche mit 200 Leuten, dann gegen die Füchse mit 500 und so ging das immer höher und dann jetzt am Ende einen Saisonstart mit 2000 und ein bisschen machen darf, dann ist das nachvollziehbar, weil in jedem einzelnen Schritt nachgewiesen werden konnte, es geht. Und jetzt tasten wir uns zur nächsten Ebene vor und wir machen hier keine High-Risk-Veranstaltung, sondern wir gehen sehr verantwortungsvoll um und leisten, wenn das eine entsprechende wissenschaftliche Begleitung hat, sogar noch einen Dienst an der Erforschung dieses Coronavirus und der Art der Verbreitung, in welchen Settings ist es besonders gefährlich und in welchen nicht. Also so kann das funktionieren und so habe ich auch viele, ich habe es jetzt besonders im Handballbereich verfolgt, viele auch Vereinschefs verstanden, die sich in Richtung Saisonauftakt geäußert haben und gesagt haben, lieber wirklich erstmal niedrig anfangen und dann langsam reinwachsen, weil dann haben wir vielleicht wenigstens eine Planbarkeit in Richtung Ende der Saison, dass es immer einen gewissen Grundstock an Zuschauerinnen und Zuschauern gibt, als wenn wir gleich in den ersten Spieltagen drei Riesenkatastrophen haben, die öffentliche Debatte über uns hereinbricht und uns das alles wieder weggenommen wird. Kleine persönliche Bemerkung noch an dieser Stelle, was mich dann schon gewundert hat, also ich habe jetzt den Vergleichswert über drei Sportarten hinweg, weil ich seit mehreren Jahren drei Dauerkarten habe. Einmal Fußball, Arminia Bielefeld, dann bei den Füchsen Berlin in der Handballbundesliga und bei den Berlin Recycling Volleys in der Volleyballbundesliga. Arminia Bielefeld ist von den dreien der einzige Verein gewesen, der mir mit veränderten allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Dauerkarte angeboten hat, in der ich quasi anerkenne, dass es nicht in meiner Hand und der des Vereins liegt, ob ich tatsächlich Spiele sehen kann oder nicht. Ich habe also dieses Geld bezahlt, ich habe Anrechte darauf, wenn Publikum da ist, Teil des Ganzen zu sein, aber wenn das Infektionsgeschehen oder die politischen Spielregeln es nicht zulassen, dann ist es nicht so. Hat für den Verein natürlich den großen Vorteil, es sind planbare Einnahmen am Anfang der Saison, wo sie genau wissen, dieses Geld wird bei ihnen bleiben. Den Füchsen hatte ich mein Geld für die Dauerkarte überwiesen, habe es dann wieder zurückbekommen mit dem Hinweis, mal gucken, vielleicht machen wir eine Rückrundendauerkarte. Das geht jetzt natürlich tief in die Vereinspolitik rein, aber das, glaube ich, da unterschätzen dann manche Vereine auch den Solidaritätswillen, der gerade aus dem Publikum und dem Vereinsumfeld heraus da wäre, sich auch mal von Seiten der Zuschauer aufs dünne Eis zu begeben und zu sagen, na wisst ihr Leute, die 200 Euro, das kann ich mir leisten und die kriegt er jetzt. Und wenn es am Ende ein Sponsoring wird, dann ist es halt ein Sponsoring geworden und ich habe die Spiegel nicht live gesehen. Dann, bevor ich noch mal weitergebe, an Herrn Michelmann einmal den Hinweis an alle, die uns jetzt auch live zuhören. Ich hatte es anfangs schon angesprochen, wir würden in wenigen Minuten auch Ihnen allen die Gelegenheit geben, zusätzliche Fragen zu stellen. Vielleicht sind da ja Punkte dabei, die wir bisher noch nicht ausreichend thematisiert haben. Sie haben dazu die Möglichkeit, digital Ihre Hand zu heben und ich würde Sie dann danach auch dran nehmen. Auch da noch mal der Hinweis, es sind auch schon schriftlich hier Fragen eingegangen. Also bitte, auch die, die schon schriftlich eine Frage gestellt haben, bitte melden und die Frage dann mündlich vortragen, weil das Tool das hier dann doch nicht so gut hergibt, diese vielen Fragen dann in einer guten Übersicht für mich zu sehen. Deswegen, ich nehme Sie dann selbst dran. Genau, Herr Michelmann, ich würde gerne, Sie wollen ja auch zu dem vorherigen Punkt noch was sagen, aber als letzten Punkt meinerseits auch noch mal das Thema aufgreifen, Finanzen genauer. Wenn wir jetzt von diesem Worst Case, von dem man ja letztendlich auch mit Plan muss, ausgehen, die Infektionszahlen gehen weiter in die Höhe und es muss, wie auch immer man das dann nennt, aber es kommt dazu, dass fast keine ZuschauerInnen zugelassen sind in den Sportarten. Also dass es fast gar keine Einnahmen gibt. Was bedeutet das dann für die einzelnen Ligen? Kann es dann tatsächlich dazu kommen, dass in den Ligen, wo die, das ist glaube ich Eishockey, Basketball ist auch noch nicht gestartet, kann es dann sein, dass da die Saisons doch nicht gespielt werden, sind dann tatsächlich Insolvenzen möglich und wie muss dann konkret und in welcher Höhe, vielleicht sind wir davon ja auch schon eine Vorstellung oder gibt es davon schon Hochrechnung, müsste dann Politik noch mal nachhelfen, wenn wir von diesem Worst Case ausgehen? Ich sage dazu gleich was, nur erst mal noch zu dem Thema Investitionen in die Belüftungsanlagen von Sportstätten und zu der Aussage von Herrn Steiniger. Das finanzielle Argument ist natürlich ein Argument, aber ist, wenn wir uns die andere Entwicklungen anschauen, meistens das Schwächste. Also ich bin wirklich kein Grüner, auch wenn ich in dieser Veranstaltung bin. Aber wenn wir uns die Entwicklung zum Beispiel von Windenergieanlagen anschauen oder Photovoltaikanlagen, dann waren die am Anfang so gigantisch teuer, dass alle gesagt haben, das ist überhaupt nicht möglich, damit vernünftig Energie zu produzieren. Inzwischen sind die Anlagen so günstig, weil sie in solcher Zahl hergestellt werden, dass es natürlich auch wirtschaftlich ganz anders darstellbar ist, als wir das vielleicht vor 20 Jahren noch eingeschätzt haben. Und bei dieser Pandemie ist mein Eindruck, dass wir vielleicht doch mit diesem Virus länger leben müssen, als wir geglaubt haben. Und wir, da wir es jetzt einmal erlebt haben, vielleicht auch Schlussfolgerungen können, dass es vielleicht nicht die letzte Pandemie dieser Art sein wird. Und dann ist es natürlich gut, sich auch strategisch langfristig darauf vorzubereiten. Und dazu gehört auch die Heilung und von mir aus auch die Stadien anders auszustatten, als wir das noch vor einem Jahr gemacht hätten. Das ist der Ansatz anstatt, und das führt letzten Endes selbst zur finanziellen Entlastung des Staates, weil ja dann, wenn mehr Zuschauer zugelassen werden können, die Vereine auch eher in der Lage sind, sozusagen sich selbst wieder zu finanzieren, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch der Gesundheit nicht nur der Profis, sondern auch der Amateursportler dient. Also das ist nach meiner Meinung eine Geschichte, die durchaus zu überlegen ist und wo das Geld gut angelegt ist, das Geld ist. Jetzt noch mal zu dem Thema für den Fall, dass es tatsächlich zu einer schwierigeren Entwicklung, das heißt zum Stagnieren der Zuschauerzahlen, beziehungsweise vielleicht noch zu einem weiteren Rückgang, vielleicht sogar zum ganzen Ausschluss der Zuschauer kommen muss. Dann ist nach meiner Auffassung jedenfalls die Politik auch in der Pflicht, ganz ernsthaft darüber nachzudenken, ob das, was im Kern für 2020 eine gute Lösung ist, nämlich diesen Zuschauerverlust, um den es ja im Kern geht, teilweise auch Sponsoren auf allen den Zuschauerverlust, auch finanziell auszugleichen. Bei Amateurs ist dann das Überleben dieser vielen Profiklubs nicht möglich. Und da gibt es sicherlich eine differenzierte Sicht, Fußball, Erste, Zweite Liga, Dritte Liga, Eishockey, Handball, Volleyball. Aber im Kern ist es auf jeden Fall dann existenzbedrohend, wenn die Politik meint, dieser eine Schuss war es dann. Jetzt müsst ihr sehen, wie das klarkommt. Also die Profi-Ligen brauchen dann in dem Jahr 2021 noch mal eine Ähnlich-Unterstützung, wie wir sie dankenswerterweise von der Politik im Jahr 2020 bekommen haben. Danke, Herr Michemann. Dann noch einmal Johannes Steiniger. Und dann würde ich die erste Frage aufrufen. Ja, vielleicht, also natürlich ist es wünschenswert, diese Sanierung durchzuführen. Ich will auch nur mal sagen, ich meine, wir als Bund haben in der Koalition 600 Millionen Euro für dieses genannte Programm zur Verfügung gestellt. Nochmal 150 Millionen, die über die Länder verteilt werden. Und wir diskutieren parallel noch darüber, inwiefern über eine Art neuer, goldener Plan ebenfalls man zu Sanierungen auf kommunaler Ebene kommen kann. Nur, ich meine, es war ja bisher relativ friedlich, aber ich möchte den Frieden da nicht unbedingt stören. Aber am Schluss ist es schon der Punkt, dass für kommunale Sportanlagen zunächst mal die Kommunen zuständig sind und für die finanzielle Ausstattung von Kommunen sind die Bundesländer zuständig. Und jetzt komme ich selbst aus einem Bundesland Rheinland-Pfalz, wo, aber es ist, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen ähnlich, da vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig gemacht worden ist. Das nur dazu, aber mit Sicherheit wird man auch überlegen müssen oder werden die kommunalen Antragsteller überlegen müssen, inwiefern sie ihre Anträge, die zu diesen Programmen vorliegen, jetzt geändert werden im Hinblick. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Zu dem zweiten Punkt, Überbrückungshilfe. Also ich bin schon der Auffassung, dass wenn jetzt tatsächlich, wir haben derzeit ein Antragsvolumen von 17 Millionen Euro, im Haushalt ist eingeplant 200 Millionen, also dass wir hier mit Sicherheit zumindest dazu kommen müssen, dieses Programm bis nächstes Jahr zu verlängern, weil wir ja, da haben Sie ja darauf hingewiesen, es ist am Schluss ein Produkt, eine Art Produktverbot aufgrund von staatlicher Anordnung. Das ist auch richtig so, weil sozusagen das große Ganze hier im Blick ist, aber ich bin schon sehr dafür, dass wir dieses Programm verlängern bis nächstes Jahr, auch überlegen, wie können wir noch zu Verbesserungen kommen. Wir haben ja derzeit, es geht zwar jetzt sehr ins Detail, aber wir haben derzeit so ein bisschen Probleme bei der Vereinbarkeit von Krediten, die in Teilen Vereine aufgenommen haben. Ich glaube, hier müssen wir zu einer Verbesserung kommen, dass man nur den beispielsweise nur den Zinsvorteil berücksichtigt. Und ein Punkt, der mir erst heute bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung aufgefallen ist, müsste man vielleicht auch noch mal überdenken. Wir haben ja derzeit bei der Hilfe für den Sport 80 Prozent der Ticketeinnahmen mit einer Deckelung von 800.000. Ich habe jetzt noch mal gesehen, dass bei der Überbrückungshilfe für normale Wirtschaftsunternehmen bis 249 Mitarbeiter wir ja mittlerweile in der dritten Version 90 Prozent der Betriebskosten bis zu 90 Prozent der Betriebskosten übernehmen. Also ich glaube, dass es auch dort dann eine Anpassung im Sport geben muss, dass wir sagen, statt 80 sind es eben die 90 Prozent, die wir unterstützen. Das sind alles kleine Stellschrauben, aber ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall im Gespräch bleiben, wie man dafür sorgen kann, dass das Geld, was politisch gewollt verausgabt werden soll, dann auch bei den Vereinen ankommt. Vielen Dank. So, dann würde ich einmal die Ersten dran nehmen und ich würde starten mit dem Mario Leo, denn da hatte ich auch gesehen, der hat auch schon eine ganz lange Frage schriftlich gestellt, damit er die nicht umsonst getippt hat, bekommt er jetzt auf jeden Fall auch mündlich die Gelegenheit. Mario Leo, Sie sind noch selbst stumm geschaltet, das müssten Sie einmal ändern, nur dann kann ich Ihren Ton anschalten. Genau, jetzt müssten Sie zu hören sein. Ja, hallo, mein Name ist Mario Leo, ich begleite den Sport seit etwa zwölf Jahren im Bereich der digitalen Medien, also Sprichmark, Medienkommunikation, finde die Diskussion sehr gut, die geführt wird. Herr Michelmann hat ja viele Argumente auch geführt und ich möchte nochmal so auf sein Eingangsstatement auch zurückkommen. Also grundsätzlich erstmal die Gemeinnützigkeit von vielen Vereinen, weil es eingetragene Vereine sind, verbieten ja diese Gemeinnützigkeit, das Rückbilden von großen Rücklagen von per se, weil sie sonst die Gemeinnützigkeit verlieren. Dementsprechend haben die Vereine wirklich extrem gut gehaushaltet in diesem Konstrukt und deswegen bin ich da nicht ganz einverstanden mit dem einen oder anderen Argument. Die Vereine haben zusätzlich eben das Vereinsregister, Tickets, die jetzt ausgegeben werden, sind alle personalisiert und dadurch ist eigentlich immer eine Nachverfolgbarkeit gegeben. Und wir sehen das eben gerade, ich komme aus Hessen, ich war am Sonntag beim Eishockey-Spiel der DEL2-Vorbereitung, EZ Bad Nauheim gegen Bietigheims-Dealers und da hat das örtliche Gesundheitsamt eben 1500 Tickets zugelassen und 1000 Zuschauer waren eben vor Ort. Meine Frage, die ich eben hatte, ist, der Herr Michelmann hat anfangs angedeutet, dass die administrative Herausforderung bei vielen Vereinen gegeben ist, die die Behörden oder eben die Politik auflegt, etwas unklar und unkontrolliert ist. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Herausforderung, wie man das einfach einfach, nicht unbürokratisch, aber einfach von der Administrierbarkeit einfach handelbar macht für die Vereine. Weil wir gehen bei dem Breitensportverein natürlich von Freizeitpersonen, die an der Angestelltenverhältnisse nachgehen. Die sind keine Paragrafenreiter und Behörden. Dementsprechend sollte da einfach auch eine Sichtbarkeit eben reinkommen, dass es einfach von der Administrierbarkeit einfach möglich ist. Vielen Dank. Herr Michelmann, möchten Sie darauf reagieren? Jetzt muss ich mich an dieser Stelle auch mal in anderer Hinsicht outen. Ich bin ja im Hauptamt Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben. Das heißt, von daher weiß ich seit ungefähr 26 Jahren, was es heißt, sozusagen mit relativ wenig pauschalem Geld und mit relativ vielen Förderprogrammen umzugehen. Und das heißt, wir haben eine Mitarbeiterin von 130, die sich ausschließlich mit Förderprogrammen beschäftigt. Und so wie Sie das andeuten, Herr Leo, das ist natürlich administrativ für einen Club oder für einen Verein, der im Kern eigentlich nur zwei Punkte zu verfolgen hatte, nämlich sportlich erfolgreich zu sein und wirtschaftlich zu überstehen, vielleicht da auch noch erfolgreich zu sein. Aber die es überhaupt nicht gewohnt sind, sich irgendwo anders anstellen zu müssen mit relativ komplizierten Programmen, die große Wirtschaftsunternehmen, große Konzerne aus dem FF beherrschen, Kommunen beherrschen. Das ist überhaupt kein Programm, was sozusagen für die Sportvereine passt. Und von daher war ich wirklich froh, dass es diese politische Aufgabenstellung aus dem Sportausschuss gab, auch aus dem Bundesinnenministerium. Und ich kann nur alle Beteiligten bitten, diese Verkomplizierungen, die es dann gegeben hat, so nach dem Motto, wir müssen Obacht geben, dass wir von der EU nicht ein paar auf den Deckel kriegen. Und das Finanzministerium sagt noch das. Und das Wirtschaftsministerium sagt noch das, dass wir wieder dahin zurückkehren, dass wir sagen, da gibt es einfach ein paar Spezifika beim Sport. Die kann ich nicht eins zu eins mit denen, wie wir Unternehmen ansonsten in der Wirtschaftsförderung gleichsetzen. Das braucht es nämlich, weil die Clubs und auch die Sportvereine nicht dafür da sind, jetzt sozusagen Vollprofis für Fördermittelbeantragung zu werden. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe. Herr Steiniger, Johannes Steiniger, du wolltest auch was dazu sagen, jetzt komme ich hier wieder von Sie und du immer hin und her. Johannes, bitte. Ja, danke, Felix. Ich wollte nur einen kurzen Zuruf machen, weil ich würde gerne auf ein Programm hinweisen, was relativ neu ist, aber was viele noch nicht kennen. Und zwar, wir haben ja als Deutscher Bundestag dieses Jahr die Ehrenamtsstiftung gegründet. Die haben einen Haushalt von 30 Millionen Euro, von dem jetzt ein großer Teil, nämlich über 20 Millionen Euro für die Digitalisierung von Sportvereinen oder Allgemeinvereinen zur Verfügung gestellt wird. Das ist ziemlich cool. Also da kannst du irgendwie von der Webcam bis zur, also von Hardware bis zur Software kann man da als Verein einen relativ hohen Förderbetrag bekommen. Ich glaube, bis zu 90, also bis zu 90 Prozent. Das ist noch nicht so bekannt. Ich habe natürlich in meinem Wahlkreis alle Sportvereine da angeschrieben und darauf hingewiesen, aber das ist mit Sicherheit etwas, was vielleicht jeder in seinen Kreisen auch noch mal ein bisschen supporten kann, weil da tatsächlich relativ viel Geld zur Verfügung steht, um an der einen oder anderen Stelle eben Digitalisierung nach vorne zu bringen, auch im Amateursport. Gut, dann waren wir weiter mit der nächsten Frage. Dafür gehen wir nach Bayern. Maximilian Deisenhofer. Max, du hast das Wort. Ja, auch von meiner Seite guten Abend zusammen. Max Deisenhofer, bin Landtagsabgeordneter in Bayern und war diesen Sommer auch viel bei den Clubs in verschiedener Größe und verschiedenen Sportarten unterwegs und habe mir da die Sorgen und Nöte angehört und fand es auch super jetzt in der Diskussion, dass eine Einigkeit besteht, dass man eigentlich mit den 20 Prozent zumindest dauerhaft das Netz wirtschaftlich gestalten kann. Das ist überall ja auch parteiübergreifend angekommen. Meine Frage jetzt nochmal, wie schätzen die PolitikerInnen in der Runde das denn jetzt ein? Irgendjemand muss sich ja hinstehen und dann mehr als die 20 Prozent auch zulassen. Und ich nehme das so wahr, dass wir in der politischen Landschaft durchaus auch Leute haben, die sich auch mit einem vorsichtigen Kurs versuchen, politisch zu profilieren und deren politischen Interessen das auch ein Stück weit widerstreben würde, wenn sie sagen, sie machen jetzt in einem Bereich, den jetzt nicht alle so als systemrelevant ansehen, dann nochmal weiter auf. Und das vielleicht gerade noch in der Zeit, wo es eben gerade im Herbst, Winter an Schulen, in Kitas und so weiter immer mehr zu Quarantänemaßnahmen kommt. Und das dann doch in der Öffentlichkeit als widersprüchlich empfunden werden könnte. Also wie schätzt ihr das ein mit dem politischen Kapital, das da auch dahinter steht? Wird es den Mut dann wirklich geben, jetzt im Herbst zu einer höheren Auslastung zu kommen? Wir haben ja gehört, die Eishockey-Vereine haben zum Beispiel gesagt, unter 50 Prozent brauchen sie eigentlich gar nicht so richtig anfangen. Ist es realistisch, dass es kommt? Und glaubt ihr nicht, dass es vielleicht auch von einzelnen Akteuren politisch sabotiert wird, weil es ihrem eigenen Kurs widersprechen wird? Kevin, du dazu? Ja, gerne. Gut, beim Eishockey muss man wirklich einfach bei der Betrachtung der Zahlen auch immer nochmal unterstreichen. Also HBL, DEL und BBL sind ja in vielen Sachen relativ vergleichbar, aber bei der DEL ist eben der Zuschaueranteil an den Einnahmen einfach nochmal ein Stückchen drüber. Also die DEL hat ein Drittel Zuschauer-Einnahmen, das macht am Ende einen Unterschied. Leider macht das Infektionsgeschehen mit Blick auf die DEL keinen großen Unterschied, wenn wir jetzt vielleicht mal von, weiß ich nicht, den Hannover Scorpions oder so absehen, die in einer Open-Air-Halle spielen können und da ein bisschen andere Rahmenbedingungen als andere haben. Ich glaube persönlich, also die konkrete Frage war ja, wer macht jetzt eigentlich den Vorstoß? Ich glaube auch hier, ich komme immer wieder auf diesen psychologischen Aspekt, weil ich meine Erfahrung in den letzten neun Monaten eigentlich ist, dass wir ja, wir sind ja nicht ein großer Stuhlkreis von Virologinnen und Virologen, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, so analog zu den 80 Millionen Nationaltrainerinnen und Nationaltrainern, sondern wir entscheiden und bewerten ja sehr stark aus einer Gefühlslage heraus, die sich durch Eindrücke aus dem Alltag, wachsende oder sinkende Zahlen und so weiter speist. Im Moment haben wir relativ exorbitant steigende Zahlen, zumindest was die Kennziffern angeht und auch das sehr flächendeckend im Land. Ich glaube, wenn man, wir sprechen ja hier unter uns, aus einer Interessenperspektive des Sportgooks, kann man in den nächsten absehbaren drei, vier Wochen nichts Blöderes machen, als eine Diskussion über deutlich steigende Zuschauerzahlen in irgendwelchen Hallen zu führen. Der Effekt wird ein gegenteiliger sein. Der Bumerang kommt mit Wumms zurück und wird zu ganz viel Häme führen, die man sich, glaube ich, ersparen kann. Ich glaube, Herr Mechelmann hat es gesagt, schwierig wird es über den Winter sozusagen hinweg. Ich glaube, dass für die Phase danach, insbesondere wenn es in die zweite Saisonhälfte reingeht, dass wir dann auch auf genügend Erfahrung in den Hallen zurückblicken können, um da auch noch mal nachzusteuern. Ich glaube, dass dann so eine Weihnachtspause auch ein richtiger Zeitpunkt wäre. Dann sind wir auch mitten im Winter drin. Dann wissen wir auch, wie viel Winter wirklich fürs Infektionsgeschehen bedeutet, sich darüber noch mal zu unterhalten. Aber ich glaube, im Vorfeld ist es utopisch, das im Moment zu tun. Wir werden Erschließungen von gesellschaftlichen Leben mitunter wieder haben. Ich sehe es ja im Moment in Berlin, Kneipen und Restaurants, die um 23 Uhr zumachen und so weiter. Und das ist in der Relevanz fürs alltägliche Leben vieler Menschen in etwa auf einem Level angeordnet mit einem Basketball- oder Handball-Bundesligaspiel. Da brauchen wir uns trotz aller Liebhaberei hier in der Runde, glaube ich, nichts vormachen. Und die haben auch alle Interessenverbände, die dann im Zweifel auch mal mit dem Finger rüber zeigen. Noch jemand dazu? No, das ist okay. Gerne. Ich glaube, es geht halt immer wieder um die Frage der Nachvollziehbarkeit. Und ich kann mir in Nordrhein-Westfalen im Moment gerade nicht vorstellen, wie eine Diskussion aussehen soll über mehr Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sportereignissen. Also Nordrhein-Westfalen hat mittlerweile 17, 18 Kommunen, die alle über den Inzidenzwert kommen. Und wir reden da über ganz andere Bereiche. Und natürlich finde ich es vollkommen richtig, dass wir jetzt endlich darüber diskutieren, dass wir alles tun müssen, um nicht nur die Wirtschaft am Laufen zu halten, sondern eben auch die Kitas und Schubeln offen zu halten. Also vor dem Hintergrund ist das jetzt natürlich eine Diskussion, die eben nicht nur darum geht, wo gibt es irgendwie vielleicht parteipolitische oder landespolitische Populierungsinteressen, sondern wirklich auch, wie behält man die Leute dabei? Ich bin da ganz bei Kevin Kühnert, die Diskussion damals um das 13.000er-Konzert in Düsseldorf war eben auch absolut zufrieden. Andersrum kann ich es nicht nachvollziehen, wenn es dann mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in Dresden oder Leipzig bei Fußballspielen geben kann und in Nordrhein-Westfalen alle krakelen. Solche Bilder wollen wir aber nicht mehr sehen. Wo ich dann denke, naja, aber das Infektionsgeschehen da ist ein ganz anderes. Das heißt, ich glaube, wir müssen wieder zu einem Ausgangspunkt zurückkommen. Wir brauchen klar nachvollziehbare Zahlen, denen man es zuordnen kann. Ich glaube, näher können wir im Moment gerade an Objektivität nicht kommen, als wirklich zu sagen, wir bleiben bei den Inzidenzwerten und die sind nun mal sehr unterschiedlich, aber sie sind eben nachvollziehbar und ermöglichen es somit unter Umständen eben den einen schon ein bisschen mehr Lockerung zu ermöglichen als den anderen. Dann kann in Bielefeld das Spiel vielleicht nicht stattfinden, aber in Aue möglicherweise schon mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, um tatsächlich auch eine Schrittigkeit dann irgendwann zu haben. Wir haben Erfahrungswerte jetzt sammeln können über die letzten neun Monate. Wir werden weitere Erfahrungswerte sammeln und dann wirklich zu sagen, wir gehen Step by Step einen Schritt nach dem anderen. Wir haben jetzt viele Dinge schon herausfinden können, gerade im Sportbereich, was funktioniert, aber von jetzt auf gleich und dann auch überall gleich. Also das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und da würde ich mich auch stark anschließen, dass das mit Sicherheit den gegenteiligen Effekt hätte, wenn wir jetzt darüber sprechen. Mensch, aber 40.000 Leute in Dortmund im Signal Iduna Park, das wäre doch schön, weil ich glaube, es geht eben nicht nur um die Frage, wie sind die Leute im Stadion drin, sondern es geht auch darum, können wir die Zuschauerströme in der Art und Weise kanalisieren, dass das eben mit dem Infektionsgeschehen auch noch verantwortlich vereinbar ist. Weil ich habe nichts davon, wenn ich die 40.000 Leute im Signal Iduna Park irgendwie gut verteilen kann. Wenn die Anstrengungen aber alle wie Ölsardinen mehrere Stationen und mehrere Stunden quasi im Zug zusammenfahren, dann ist nichts gewonnen. Das muss man bei Hygiene- und Infektionskonzepten immer auch mit bedenken. Danke. Bevor ich zu der Frage auch nochmal an Johannes Steiniger weitergebe, noch kurz der Hinweis. Also wir können noch eine, auf jeden Fall vielleicht sogar zwei weitere Fragestellungen zulassen. Da sind auch noch viele Meldungen, sehe ich hier in der Liste. Auch alles von Männern. Da nochmal der Hinweis an die Frauen, die uns gerade in der Runde zuhören. Wenn es da noch eine Wortmeldung gibt, ziehe ich die auf jeden Fall direkt vor, damit wir auch eine weibliche Stimme und Nachfrage noch dabei haben. Genau, das nur kurze Info zu der Frage nochmal weiter an Johannes Steiniger. Ja, Kollege Deisenhofer, ich weiß gar nicht, auf wen Sie da anspielen, wer sich über hier besondere Profilierungsversuche versucht, in Stellung zu bringen. Ja, Kevin Kühnert hat mit Sicherheit recht, wenn er sagt, dass wenn jetzt jemand hier groß fordert, statt 20 Prozent wollen wir am nächsten Wochenende 50 Prozent, dass das tatsächlich eher zum Gegenteil führt. Gleichwohl bin ich schon der Auffassung, dass wir jetzt beginnen müssen, sowohl die Vereine, aber auch die Politik und die Verbände, parallel zu einer ordentlichen Evaluation zu kommen. Also, welche Folgen haben die derzeitigen 20 Prozent, sowohl gesundheitlich, aber auch finanziell für die Vereine? Welche Möglichkeiten gäbe es zweitens, vielleicht eine Art Pilot zu machen, wo man halt mal ausprobiert, wie auch ein anderes Konzept aussehen könnte? Ich mache nochmal das Beispiel von vorhin. Auch in der S-Bahn oder in der Deutschen Bahn sitzen wir mit Mut-Nasen-Schutz vergleichsweise eng aufeinander. Und der dritte Punkt ist, und das haben wir jetzt ja auch rausgearbeitet in den letzten 80 Minuten, wenn, dann muss so etwas schrittweise und nachvollziehbar erfolgen. Also, es darf dann nicht sein, dass dann der große Sprung kommt, sondern eher schrittweise. Aber Basis dafür sind eben Daten, gute Daten, nachvollziehbare Daten, sowohl in der Frage, welchen Einfluss hat es auf den gesundheitlichen Aspekt, aber eben auch auf den finanziellen Aspekt. So, in der Rede, oder, Herr Michelmann noch dazu, gerne. Ja, zunächst mal zu Herrn Kühnert. Auf den Sport bezogen ist es ja im Moment ein bisschen so, dass wir natürlich auch taktisch erkennen, dass wir jetzt erstmal in der Abwehr stehen und hoffen, dass wir das Thema lösen, ehe wir zum schnellen Angriff übergehen. Aber, das eine muss, bei allem Ernst, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Und das eine Wort möchte ich zurückweisen, Liebhaberei, weil davon können unsere Sponsoren ein Lied singen, wenn unsere Finanzämter Ihnen nachweisen, dass sie das Ganze aus Liebhaberei betreiben, dann sind sie steuerlich noch ganz anders zur Kasse zu bitten. Das wollen wir also nicht, weiß ich, das haben Sie auch nicht so gemeint. Ich wollte es ja nicht sagen. Manche Rund hier in der Runde. Ja, alles gut. Das ist ja bei dem Thema, dass es dem tatsächlich insofern wieder eine ganz ernsthafte Angelegenheit ist, weil es natürlich auch um wirtschaftliche Unternehmen geht, die ja nicht sagen, wir brauchen einfach ein paar Zuschauer, weil das Spiel mehr Spaß macht. Das macht es sowieso, sondern weil die das natürlich brauchen, um wirtschaftlich auch zu funktionieren. Und ich habe dasselbe wie Frau Paul auch gedacht, aber auch nicht gesagt, weil ich jetzt nicht die Probleme noch aufpassen will. Sie hat aber recht. Es ist tatsächlich nicht mit dem Problem im Stadion getan. Ich habe da gerade so an dort und gedacht, du musst ja auch daran denken, wie die Leute hin und möglicherweise wieder zurückkommen. Und da ist die S-Bahn möglicherweise ein größeres Problem als das Stadion als solches. Worum ich nur bitte, ist, dass jetzt nicht, weil wir andere Themen, die wir für wichtiger halten, und ich stimme Ihnen da voll zu, was die Schulen anbelangt und die Kindertagesstätten, jetzt sagen, weil uns das wichtiger ist, fahren wir das jetzt automatisch wieder runter, ohne uns damit zu beschäftigen, welche Wirkung davon überhaupt ausgeht. Deswegen sage ich nochmal, bis jetzt gibt es überhaupt keine Hinweise. Und Herr Kühner, Sie hatten das ja dankenswerterweise auch konkret am Beispiel der AFK Leipzig beschrieben. So wie die Sportvereine mit diesem Thema umgehen, teilweise auch sehr kreativ, teilweise auch tatsächlich als Versuchslabor für die gesamte Gesellschaft. Dann bitte ich auch darum, dass sie insofern auch fair behandelt werden, wenn von diesen Zahlen auch keine Gefahr ausgeht, dass das dann jetzt auch nicht das Hauptthema für Runterfahrt-Diskussionen wird. Okay, ich würde sagen, dann können wir noch eine letzte Frage zulassen. Leider keine Frau tatsächlich auf der Liste, ist dann wohl heute so. Dann kommt die letzte Frage von Lars Pickert. Herr Pickert, Ihr Ton ist an, Sie haben das Wort. Sollte an sein. Hallo, guten Abend in die Runde. Als erstes, also ich bin Vorsitzender der Deutschen Behindertensportjugend und Vizepräsident des Deutschen Behindertensportverbands. Und in Analogie zu meinem Präsidenten der Hinweis, auch die Paralympics sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Das wird leider manchmal immer wieder vergessen. An der Stelle, also ich möchte zwei kurze Anmerkungen machen. Da gäbe viel zu sagen. Das eine ist, glaube ich, dass wir vor dem Hintergrund der Zuschauer natürlich diskutieren müssen, aber es natürlich für viele Verbände auch nochmal eine Frage des klassischen Sponsorings ist. Also wir haben zum Beispiel dieses Wochenende in Berlin die internationale Deutsche Meisterschaft Schwimmen. Und da ist alleine die Frage, die findet komplett ohne Zuschauer statt. Aber es ist alleine die Frage der Durchführungsmöglichkeit, wo Sponsorenleistungen dranhängen. Und das ist am Ende für uns eine Frage von 100.000 Euro haben oder nicht haben. Also ich glaube, auch das muss man in solchen Diskussionen überzulassen von Zuschauern oder Durchführung von Veranstaltungen oder nicht Veranstaltungen, gerade für vielleicht die etwas kleineren Verbände im Auge behalten. Von daher würde ich mich da auch der Bitte anschließen zu sagen, wir müssen wirklich gucken, dass zumindest die Option der Durchführung von Veranstaltungen erhalten bleibt, unabhängig der Zuschauerdiskussion. Das ist das eine. Und das zweite, ich glaube, wir verdrängen noch so ein bisschen und das müssen wir im Auge oder da müssen wir uns jetzt schon Gedanken drüber machen, was passiert gerade mit Kindern und Jugendlichen vor der Tatsache, dass sie jetzt drei, vier, fünf Monate keinen Sport machen konnten oder noch länger keinen Wettbewerb. Ich glaube, die Spätfolgen, die dadurch entstehen, dass die in ihrer Sozialisierung, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung einfach am Ende des Jahres vielleicht sogar ein komplettes Jahr fehlt, das wird hinterher noch Auswirkungen auf uns haben, die wir nicht absehen können. Und das eben auch vor dem Hintergrund von Fragen von ehrenamtlichem Engagement, weil die berühmten Turnmamas, um bei den Turnern zu bleiben, die vielleicht für 100, 150 Euro einmal in der Woche Training geben und jetzt kein Training machen können, die suchen sich einen anderen Job, weil sie die 150 Euro für die Haushaltskasse brauchen. Und wenn wir dann irgendwann im nächsten Jahr wieder in den kompletten Trainingsbetrieb reinkommen, fehlen uns diese ganzen Leute auch nochmal und diese ganzen Übungsleiter nochmal, um wirklich einen vernünftigen Regelbetrieb wieder aufzumachen. Und dann bricht uns nochmal was weg. Also ich glaube, da kommen noch Spätfolgen auf uns zu, wo wir uns jetzt schon Gedanken machen müssten, wie wir da mit sinnvollen Konzepten und Finanzierungsmaßnahmen dann entsprechend entgegen gehen können. Da weiß ich nicht, ob das im Moment wirklich jeder schon im Blick hat. Da würde mich mal eine Meinung zu interessieren. Herr Michelmann, Sie hätten sich zuerst ein Zeichen geben. Da möchte ich jetzt aus aktuellem Anlass für meinen Sportart sprechen. Also der Deutsche Handballbund ist ja in einer sehr intensiven Diskussion, was seine Reformpläne anbelangt, die weit vor Corona begonnen haben. Und wir haben natürlich eingesehen in dem Diskussionsprozess, dass jetzt, es geht da im Kern um zwei Punkte, die Mitgliederentwicklung und der Leistungssport. Und wir sehen natürlich ein, dass die Clubs, die jetzt im Moment existenziell gefragt und bedroht sind, dass sie andere Probleme haben. Trotzdem haben wir uns entschieden, und zwar ganz bewusst, die Mitgliederentwicklung im Jahr 2021 an die Spitze zu stellen, das als DAB selbst sogar vorzufinanzieren, um auch die Clubs oder auch die Vereine in der Breite, selbst die Landesverbände nicht zu belasten. Weil wir sagen, da kann natürlich niemand etwas für diese Corona-Situation. Aber wenn wir feststellen, wie es ist und wie es möglicherweise kommen wird, dann ist es natürlich unsere Aufgabe, da an dieser Stelle auch gegenzusteuern. Also wir machen das, indem wir, so wie das der Kollege vom Behindertensport angedeutet hat, indem wir uns im nächsten Jahr konsequent auf die Mitgliederentwicklung konzentrieren und da alles unternehmen werden, um also wieder Kinder und auch Jugendliche wieder zum Sport zu bringen. Weil das ist natürlich dann auch sozusagen mal ein bisschen die Eigenaufgabe von jedem einzelnen Sportverband, da das entsprechende Gehirn an der richtigen Stelle einzusetzen und dennoch zu den richtigen Entscheidungen und vor allen Dingen Handeln zu kommen. Dann Josefine und dann Johannes. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Wir sehen das ja in manchen Bereichen, wo eben über wegfallende Angebote, gerade im Kinder- und Jugendbereich, eben vielleicht so diese erste Sportsozialisation, die auch eine wichtige Bindungswirkung hat, für das dauerhaftes Sportengagement, jetzt nicht möglich war. Das ist auch im Bereich des Schwimmen beispielsweise so. Also wir haben nicht nur dadurch möglicherweise einen Jahrgang von Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern ohne Corona schon schwierig genug, aber wir haben eben für die Schwimmvereine noch weniger Gelegenheit, wie sie überhaupt Kinder und Jugendliche dazu bringen können, sich für Schwimmen zu interessieren, was ja eben auch eine tolle Sportart ist. Das heißt, mit Blick auf die Akutkrise, glaube ich, hat Politik viel versucht zu unternehmen, sei es nun die Landesebene, sei es auch die Bundesebene. Aber absolut richtig ist, dass wir nicht am Ende dieser Krise sind. Wir sind mitten in der Akutkrise. Wir haben aber auch dann sozusagen zu beachten, welche Nachwirkungen und Langzeitwirkungen diese Krise mit sich bringen wird. Und das hat Auswirkungen auf die Mitgliederentwicklung, das hat Auswirkungen darauf, wer im Ehrenamt, aber auch im Trainerinnen- und Trainerbereich irgendwie auch in der Zukunft noch unterwegs sein wird. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Gelder möglicherweise auch noch zur Verfügung stehen für eben bestimmte Sportstätten etc. Mich treibt das, ich habe das ja ganz am Anfang schon gesagt, mich treibt das tatsächlich um. Was wird diese Krise machen, auch mit Sport- und Bewegungsgelegenheiten und Angeboten? Und ja, Herr Steininger, natürlich sind zuerst die Kommunen gefragt, wenn es um Sportstätten geht. Und ja, die Länder sind auch gefragt, wenn es darum geht, die Kommunen auch in die Lage zu versetzen. Aber ich glaube, wir reden hier von so großen Herausforderungen, die wir insgesamt als Gesellschaft haben, dass wir nur vorankommen, wenn wir das tatsächlich auch über die Ebenen hinweg gemeinsam diskutieren. Deswegen nehme ich immer sehr wohlwollend zur Kenntnis, das ist ja Diskussion auch auf Bundesebene geht, was einen neuen goldenen Plan angeht. Weil ich glaube, es wird wirklich jetzt mehr Anstrengungen noch, als es ohne dies schon gebraucht hätte brauchen, um wirklich diese Corona-Krise im Sport auch nicht mit absoluten nachteiligen Auswirkungen zu überstehen. Wir brauchen eine vielfältige Vereinslandschaft und wir brauchen die vielfältige Angebotsstruktur im Sport. Dann abschließend zu der Frage Johannes Steiniger, bevor wir dann in die Schlussrunde gehen. Ja, hallo Lars, grüß dich. Ich habe am Montag mit deinem Generalsekretär, mit eurem neuen Generalsekretär telefoniert, der mir auch noch mal einen Punkt im Bereich des Behindertensports gesagt hat, der ein Stück weit spezifisch ist und der jetzt mit dem Sponsor nichts zu tun hat. Das ist der gesamte Bereich des Reha-Sports, der ja insbesondere im Behindertensport dann auch bei Vereinen dazu führt, dass es bestimmte Refinanzierungsmöglichkeiten gibt. Das aber nur vorab. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier schon die Gefahr haben, dass wir eine Art von Corona-Jahrgang auch im Sport erhalten. Also wir sehen das ja im Bereich der Ausbildung, teilweise im Bereich der Schulen, aber es besteht eben die große Gefahr, dass es eben jetzt auch im Bereich des Breitensports ist. Und klar, welche Mutter schickt gerade ihren Sohn oder ihre Tochter zum F-Jugendtraining bei meinem Dorffußballverein, wo ich selbst mal Jugendtrainer war. Das ist natürlich immer dann schwierig, wenn überhaupt kein Angebot da ist, wenn kein Sportbetrieb hergestellt ist und auch kein Trainingsbetrieb. Von daher bin ich schon der Auffassung, dass so lang wie möglich, genau wie bei den Schulen auch, Sport und Trainingsbetrieb möglich sein muss im Sportverein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben diese Langzeitfolgen, auf die du, lieber Lars, zurecht hingewiesen hast, um die möglichst gut abzufedern. Und auf die große Diskussion, wer sozusagen besser finanziell ausgestattet ist, Bund, Länder und wie das so in der Vergangenheit mit Umsatzsteuerpunkten ablief und wer wieder auf Alten, wer in den nächsten Jahren schneller wieder auf die Einnahmen kommt, ob Länder oder Bund, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das können wir dann an anderer Stelle mal diskutieren, wenn es um Finanzpolitik geht. Vielen Dank, Johannes, und vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben und auch dran kamen. Sorry, dass wir nicht alle dran nehmen können. Dann bräuchten wir noch ein paar Stunden mehr. Wenn ihr, wenn sie noch weitere dringende Fragen habt, gerne auch an kontakt.atgrüne-bag-sportpolitik.de oder direkt an unsere heutigen ReferentInnen im Nachhinein stellen. Ich hoffe, dass wir trotzdem einige Spannende drannehmen konnten und vieles besprochen haben. Ich würde jetzt in der Schlussrunde alle vier gerne noch mal zu Wort kommen lassen. Vielleicht noch mal das, was wir heute diskutiert haben, die wichtigsten Dinge zusammenzufassen oder vielleicht auch noch was aufzugreifen, was wir noch nicht besprochen haben. Vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Monate oder auf das Thema oder die Titelfrage ja zu kommen, die Sportsaison 2021. Ist es ein stetiges Abwägen oder ist es ein vermeidbares Risiko? Ich würde diese Schlussrunde gerne mit Herrn Michelmann beginnen, dann Josefine, dann Johannes und abschließend Kevin Kühnert. Bitte haltet euch noch mal so in ein, zwei Minuten relativ kurz und die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Herr Michelmann, Sie zuerst. Das ist ganz klar. Diese Corona-Pandemie ist natürlich eine ganz spezielle Herausforderung für die gesamte Gesellschaft und insofern natürlich auch für den Sport und selbstverständlich auch für den Teamsport. Und wir werden das Problem nur lösen können, wenn es tatsächlich zu einer Abwägung kommt zwischen dem berechtigten Sicherheits- und Gesundheitsinteressen der Bevölkerung und dem genauso, nicht genauso, aber dem auch berechtigten Interesse, das Leben, wie wir es kennen, soweit es verantwortbar ist und soweit es möglich ist, auch aufrecht zu halten. Und dafür brauchen wir im Sport natürlich die Basis, das heißt den ganzen Bereich Kinder, Amateur, Breitensport und wir brauchen den professionellen Sport, weil das die Aushängeschilder sind, an denen sich unsere Kinder und Jugendlichen orientieren und die dann letzten Endes wieder dazu führen, dass wenn wir diese Corona-Pandemie überstanden haben, das Leben weitestgehend auch wieder so stattfinden kann, wie wir uns das vorstellen. Vielen Dank. Danke, Josefine. Erst mal herzlichen Dank für diese Runde. Ich glaube, wir haben viele Aspekte angesprochen und haben einfach auch miteinander herausfinden können, dass die Lage einfach insgesamt für den Sport eine schwierige Lage ist, dass man aber im Grunde genommen die Dinge auch zusammendenken muss. Wir haben über Profisport gesprochen, über Breitensport gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Möglichkeiten geben muss, tatsächlich Sport auch möglich zu halten. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich darüber auch in der Diskussion zu bleiben. Und ich fand vor allem die Beiträge wichtig, wo nochmal deutlich geworden ist, wir müssen vor allem auch sozusagen die Ergebnisse und die Dinge, die wir jetzt schon rausfinden konnten, wir müssen das nachhalten, damit wir eben auch dem aufsetzen können, was wir jetzt schon an Erfahrung gemacht haben. Dann kann der Sport vielleicht für andere gesellschaftliche Bereiche auch beispielgebend sein. Vielen Dank. Und Johannes? Ja, zunächst auch von mir herzlichen Dank für die Initiative und den guten Austausch. Es ist ja immer gut, wenn man schlauer aus einer Veranstaltung rauskommt, als man reingegangen ist. Das war heute der Fall. Von daher vielen Dank auch an die Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten. Ja, den ersten Punkt, möglichst Sport- und Trainingsbetrieb weiterhin zu ermöglichen, das kann ich nur unterstreichen, sowohl im Breiten- als auch im Profibereich. Und was ich für mich nochmal mitnehme, ist schon auch der Aspekt der finanziellen Unterstützung, der Profivereine im Nicht-Fußball-Bereich. Da müssen wir einfach dahin kommen, dass wir A zu einer Verlängerung, aber B auch zu einer Verbesserung dieser Maßnahme kommen, um den politischen Willen, den es ja mal gab, dann auch in die Tat umzusetzen. Und Kevin Köhler zum Abschluss. Ich glaube, wir waren an der Zukunft des Profisports am nächsten dran, als wir vielleicht das Gefühl hatten, am weitesten weg zu sein, nämlich als wir eben über den Nachwuchssport gesprochen haben und wie er aufrecht erhalten werden kann. Ich habe mir jetzt aufgrund der Zeit verkniffen, mich dort zu melden, aber will das für meinen Schlussstatement nochmal als Beispiel nehmen. Ich sehe das bei mir vor Ort in der Kommunalpolitik. Wir waren fassungslos, als wir vom Berliner Fußballverband gehört haben, dass sie die Saison quasi halbieren und nur alle zwei Wochen spielen lassen. Weil sie völlig abstruse Zeiten zwischen einzelnen Spielen, auch bei der Nutzung der Sanitäranlagen und so weiter, angegeben haben, die wir ihnen überhaupt gar nicht aufgeboten haben und wo wir auch schnell vorrechnen konnten, dass viel mehr Spiel und auch Trainingsbetrieb auf den vorhandenen Anlagen stattfinden kann, wenn man sich ein paar kluge Konzepte einfallen lässt und zum Beispiel, was viele ja eh machen, dann eben nach Hause geht zum Duschen und das nicht vor Ort in den Sportanlagen macht. Eine Politik, die sowas unterstützt, vielleicht auch durch kreative Lösungen, indem man sich zusätzliche Hausmeister- und Schließdienstzeiten einkauft und dafür sorgt, dass Anlagen länger und besser nutzbar sind. Vielleicht müssen wir auch über so eine Kompensation dann für die Kommunen nochmal nachdenken, ist, glaube ich, in der Lage das Wichtigste, was wir im Sport haben, nämlich den Nachwuchs im breiten Sport zu organisieren und bei Laune zu halten. Wenn ich überlege, als ich mit fünf angefangen habe, Handball zu spielen, weiß nicht, ob ich 15 Jahre dabei geblieben wäre, wenn auf Dauer die ganzen Sommerfahrten ins Trainingslager weggefallen wären, die regelmäßigen Spiele, die ganze Geselligkeit drumherum. Also ich glaube, es gilt so viel wie möglich davon zu erhalten, um die Jungs und Mädels bei der Stange zu halten, denn das sind die, die der Profisport in einigen Jahren brauchen wird, denn der Profisport wird günstiger werden müssen in den nächsten Jahren zwangsläufig, was die Kaderplanung auch angeht. Wer jetzt also auf Nachwuchs setzt und dort vielleicht auch stärker rein investiert, hat ein bisschen Resilienz sich auch für die nächste Krise geschaffen. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank auch allen anderen für die Schlussstatements. Vielen Dank für diese sehr angeregte und spannende Diskussion. Ich hoffe, Sie, liebe ZuschauerInnen, konnten daraus auch viel mitnehmen. Zum Abschluss da auch nochmal der Hinweis, das Ganze wurde auch aufgezeichnet, wird auch in einigen Tagen dann im WeLive noch verfügbar sein und dann gegebenenfalls auch für viele, die jetzt nicht live dabei sein konnten, von Interesse sein. Genau, das war es von uns für den heutigen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle ReferentInnen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie alle gesund und noch einen schönen restlichen Mittwochabend. Ciao, ciao.